Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 291 der ersten Folge im Jahr 2018. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Marvin. Hi. Der Herr Basti. Gude. Und wir haben uns den Herrn Etienne von den Rocket Beans eingeladen, um hier freudig über die Eintracht zu schnacken. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist meine Podcast-Stimme. Du hast eine eigene Podcast-Stimme? Wer spricht die? Die spreche auch ich. Ich habe gehört, um Erfolg mit dem Podcast zu haben, ist es wichtig, eine sehr tiefe ruhige Stimme zu haben. Bin ich gespannt, wie lange du das durchhältst. Das hört sich eher an, wenn der Etienne nicht mehr bei den Rocket Beans, sondern bei der Lufthansa arbeitet. Vielen Dank, dass Sie da alle da sind. Schneiden Sie sich an. Danke. Wir sind jetzt gleich hier in Frankfurt am Main und es ist wieder 23 Grad. Wir sind ja schön auf den Halt. Wir können ja auch die Anschluss. Das klang jetzt eher wie die Durchsage hier in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo du auch nichts verstehst. Bei der neuen Stimme, bei der neuen elektronischen Stimme wahrscheinlich, hier von der VGF meinst du, oder was? Ja, irgendwie sowas. Ah, ja, 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 ja. Heißt das jetzt VGF, oder was? Ja, also die VGF ist ja die... Ja, ja, genau. Schon eine Weile. Ich kenne das noch als RMV. Ja, den RMV gibt es auch, aber das ist der größere Verbund. Der VGF ist dann nur der Frankfurter Verkehrsverbund im Grunde. Ach so. Und die haben in den U-Bahnen, haben sie jetzt eine elektronische Stimme getestet und die, ja, die kommt nicht so gut an, um es mal positiv zu formulieren. Sollen Sie doch lieber bei Badesat. Ich wollte gerade sagen, nächstes Jahr halt Römer hier, wenn Sie mal den Bürgermeister besuchen wollen. Halt die Fresse nach vorne. Genau. So, ich hoffe, die Eintracht startet besser in die Rückrunde, als wie in diese Sendung. Sag ich, sie ist ein bisschen holprig. René, was ist denn los heute? Ich weiß auch nicht. Ja, erstmal sind sie gestartet in dieses Winter-Trainingslager. Das ist ja jetzt quasi rum. Einige Menschen sind einen Tag früher abgereist, um sich irgendwie beim DSF in irgendeinen Fußballtalk zu setzen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Joa, sieht so ein bisschen so aus, als wenn der Herr Ragota sich im Trainingslager da so ordentlich empfiehlt. Oder? Ja, komisch. Ja, fang an, fang an. Ja, ich hab ja, also ich hab ja eigentlich immer zu ihm gehalten. Immer. Immer. Selbst ich musste irgendwann zugeben, okay Leute, ihr hattet vielleicht recht. Er packt sie nicht mehr. Und dann hab ich sie auch aufgegeben und just in dem Moment, zack, lese ich, Herr Gota ist wieder in der Dings. Und jetzt brauchen wir auch nicht mehr kommen. Jetzt haben wir viel bessere Spieler. Ich mag ihn jetzt auch nicht mehr. Ich will, dass Rebic nicht seinen Platz verliert. Also, das war für mich schon eine sehr, sehr große Überraschung, weil ich eher gedacht hätte, dass er derjenige ist, der uns vielleicht als erster im Winter verlässt und vielleicht noch den einen oder anderen Euro bringt. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich, war es das Sommertrainingslager, wo alle von Besuschkopf geredet haben? Ja. Ja. Und der war so super in den Testspielen und der hat sich ja rausgespielt und so weiter. Wo ist er jetzt? Der hat, glaube ich, nicht eine Minute gespielt, oder? Also, ich bin immer skeptisch, wenn ich lese, dass irgendein Spieler im Trainingslager geglänzt hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich erinnere mich mal, es gab sogar mal ein Trainingslager, wo Rob Friend gut gespielt hat. Ja, das ist wirklich schon. Das kann nicht stimmen. Fake News, Fake News. Vielleicht, aber vielleicht hat der Tiern recht. Vielleicht ist es auch die Taktik, um das zu machen, was ich mir hofft habe. Du willst ihn verkaufen. Interessant zu machen, genau. Natürlich. Ja, aber dann... Oh, den geben wir nicht ab. Ja, ja. Ja, aber wie interessant wird es den Spieler machen, wenn du sagst, er hat gut trainiert. Nein, doch, aber das... Ja, du kannst ja nicht sagen, der hat gut gespielt, wenn keine Spiele sind. Nein, aber das wirkt schon ganz sinnvoll, weil du musst ja überlegen, du musst ja dem potenziellen Interessenten erstmal zeigen, der ist im Training voll dabei, der bietet sich an, der hat Lust zu spielen. Und das ist ja das, was die Message jetzt rüberkommt. Die kommt ja jetzt hier bei uns Fans natürlich auch an, dass wir sagen, okay, oha, ist der plötzlich wieder nah dran an der Mannschaft, der Rigota. Okay, dann spielt er vielleicht, trifft er trotzdem wieder das Tor nicht. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass du siehst, okay, der ist fit, der ist einsatzbereit und könnte gerade für eine Mannschaft wie Hannover 96, die ja aktuell Interesse haben, vielleicht wirklich von Relevanz sein. Für uns wäre das aktuell gar nicht so dramatisch. Rigota, ich glaube, das wäre eine Position, je nachdem, wenn wir dann vielleicht sogar noch jemanden holen würden, der ersetzbar wäre, muss man so zu sagen. Ich glaube aber auch, was der Etienne eben gerade richtig gesagt hat, von Besuchkov war im Sommer großartig die Rede, was ist passiert, hat wirklich keine einzige Minute in dieser Hinrunde gespielt. Ich glaube, Rigota kann im dramatischsten Fall ein ähnliches Schicksal erleiden. Und bei Danny Blum haben sie es doch jetzt auch gesagt, dass sie nicht verkaufen wollen, auf gar keinen Fall, weil er so tolle Trainingsleistungen oder was weiß ich gebracht hat. Das ist doch auch nur ins Schaufenster stellen, oder? Ja, ich glaube auch zumindest, Laie würde ich eigentlich drüber nachdenken, bin auch sehr überrascht, dass die Eintracht das überhaupt gar nicht in Erwägung zieht. Also die haben ja auch kategorisch ausgeschlossen, dass sie ihn verleihen, was ich als total sinnvoll erachten würde für jemanden wie Danny Blum, der ja immer noch nicht so alt ist und vielleicht auch Spielpraxis braucht. Aber selbst das will die Eintracht nicht. Gut, da kann ich Kovac schon glauben und denke dann, dass er die Konkurrenz hochhalten will, aber auch Danny Blum, wie lange hat denn der gespielt in der Hinrunde? 10, 15 Minuten? Auch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, Danny Blum, also wenn man mal die Mannschaft vorne durchgeht, ist Danny Blum sogar noch derjenige, der noch unwahrscheinlicher spielt als der Gota, ehrlich gesagt. Wenn irgendwie Haller was passiert, dann ist der Gota, glaube ich, derjenige, wenn Haller sich verletzt, dann kommt vielleicht der Gota tatsächlich rein. Und aber bis Blum reingespült wird, da müssen sich schon vier Leute verletzen, weil du ja eigentlich trotzdem dann Wolf wieder vorziehen kannst, dann Rasu, Rebic, Garcinovic, Fabian auch ein bisschen auf die Außen, der Guzman ist auch irgendwann wieder da. Also Blum ist eher derjenige, für den ich, also wenn ich eher wäre, würde ich tatsächlich überlegen, jetzt spätestens im Sommer zu wechseln. Ich glaube, so dass es mir tut, dass der Ball Eintracht keine Chance mehr hat, was mich aber auch freut, weil das ja auch dafür spricht, dass wir echt eine geile Mannschaft haben, dass wir gar nicht mehr mit solchen, ich sag mal, Mittelklassespielern, dass wir die halt echt nicht mehr brauchen. Und dass wir dann irgendwann nicht, früher waren wir immer auf die angewiesen und der René hat es gesagt, Trainingslager, wenn ich es vergleiche mit den letzten paar Jahren, da war dann immer, Gott, dann haben wir einmal fünf Leute geholt und hier Eihahn und was weiß ich wen. Und dann hat Injowski irgendwann auf Schalke links außen gespielt und dann Malanik war dann drin und Flum, dann waren alle froh, dass Flum wieder am Ball ist. Ja, das ist gar nicht lange her und ich bin trotzdem, fühlt es sich für mich so an, dass ich denke, da ist ein Spieler wie Danny Blum, ja, der hat schon die ein oder andere, der hat zumindest einen guten Abschluss, würde ich mal sagen, aber das sind Spiele, wenn ich an denen denke, das kommt für mich gar nicht in Frage, dass der in diese geile Startelf kommt und das ist doch super. Ich habe eher Probleme, diese Startelf irgendwie zu machen, weil ich mittlerweile zu viele habe und ich glaube, bevor Blum spielt, ist der Nächste, der sich scheinbar im Trainingslager gezeigt hat und ich hoffe, dass das diesmal stimmt. Der Barkok muss ja ziemlich, muss ja wenigstens sich den Reifeprozess durchgemacht haben, den wir uns erhofft haben, ehrlich gesagt. Er hat ja auch so zwischendrin mal so ein bisschen die eine oder andere Ansage bekommen und es scheint jetzt gefruchtet zu haben. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, Danny Blum hat 17 Minuten in der Liga und 11 Minuten im Pokal gespielt. Also Marvin war relativ dicht dran mit seiner Schätzung. War aber nur Glück. Ja, aber reden wir doch lieber mal über die wirklichen Go-To-Guys, die jetzt wieder da sind und da reden wir also meiner Meinung nach über Fabiano Mascarell, die meiner Meinung nach dafür sorgen könnten, dass die Eintracht eben nicht mehr abstürzt, weil das zwei Bretterspieler sind, die jetzt in diese eh schon funktionierende Mannschaft dazukommen, die hoffentlich dafür sorgen, dass die Eintracht stabil bleibt, sag ich mal. Absolut. Fabian hat ja auch schon direkt gesagt, er will jetzt quasi auch nochmal angreifen, so ein bisschen in Richtung Nationalmannschaft und will im Sommer dann gerne mit zur WM. Dann muss er sich natürlich da auch so ein bisschen reinhängen. Also es scheint ja schon zumindest von der Einstellung her erstmal ganz gut zu passen. Mascarell hat ja auch in dem Testspiel die ein oder andere Spielminute bekommen, wo man auch gesehen hat, dass er durchaus fit ist, hat ja wohl auch von sich aus schon gesagt, dass er auch gerade im Rückrundenauftrag jetzt gegen Freiburg auch sich durchaus in der Lage zieht, mal längere Spielzeiten zu machen. Dann hast du natürlich ja zu langsam sicher eben dieses von uns schon im letzten Jahr angesprochene Luxusproblem in dem Mittelfeld. Also die Jungs kommen glücklicherweise zurück. Etienne, auf wen freust du dich am meisten von dem Bekehrern? Ja, auf jeden Fall auch auf Fabian. Ich finde es auch interessant, weil ich glaube auch, dass das auch dann, also auch mascarell muss man auch sagen, beide, weil dadurch kann auch ein Prinz dann weiter vorrutschen. Und ich glaube, ja, die ganze Offensive hat uns ja allen wahrscheinlich nicht so mega gut gefallen. Und ich hoffe mir einfach, dass wir irgendwie ein besseres Umschaltspiel haben, dass wir einfach ein bisschen nach vorne wieder mal ein bisschen mehr Fußball spielen, weil so erfolgreich die ganze Hinrunde war, so jetzt von der Punkteausbeute her, so grausam fand ich das teilweise beim Zugucken. Und ich merke zwar auch, dass in erster Linie interessieren mich immer die Punkte, aber nicht kurz, also kurz dahinter ist dann auch schon, ich will auch, dass die irgendwie auch geil spielen. Ich habe jetzt da nicht die allerhöchsten Ansprüche, also ich erwarte jetzt da nicht irgendeinen Tiki-Taka und dass wir jede Mannschaft irgendwie an die Wand spielen, aber so ab und zu mal eine Kombination oder ein gelungener Doppelpass oder irgendwas, wo man sagt so, naja, das war ganz geil, das würde ich mir schon häufiger gern mal wünschen. Und ich glaube, da sind dann eben mit Mascarell und Fabian zwei ganz wichtige Faktoren wieder dabei. Dann, wie gesagt, Prinz weiter nach vorne, vielleicht ein bisschen mehr für die Offensive. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass so Leute, die ich eigentlich auch in mein Herz geschlossen habe, wie Stendera und Barkok, die dann halt so ein bisschen hinten dran sind. Und das finde ich immer so, gerade bei Eigengewächsen, es tut immer so ein bisschen weh. Also das spricht natürlich auf der anderen Seite auch wieder für die Qualität, die wir im Kader haben. Aber gerade so im zentralen Mittelfeld haben wir eigentlich schon fast zu viel, würde ich sagen. Ja, wir haben schon ein brutales Angebot. Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir jetzt wieder ins DFB-Pokalfinale kommen wollen, was natürlich das ganz klare und logische Ziel ist, denke ich, da brauchen wir auch alle Spieler. Da brauchen wir auch alle Spieler. Und dann kommt die einen wieder zum Einsatz. Und ich denke, dann haben wir diese Möglichkeiten. Was ich halt wirklich geil finde, ist, dass beide da sind, ist ganz essentiell wichtig. Ich freue mich mega auf Fabian. Natürlich will er für die Nationalmannschaft im Sommer spielen, das ist ganz klar. Das sollte der auch schaffen. Wenn er fit ist, seinen Schuh wieder spielen kann, dann ist das einer, der eine gehobene Bundesliga-Qualität hat bei weitem und auch der mexikanischen Nationalmannschaft definitiv helfen kann. Aber ich will dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Boateng endlich sehen. Da freue ich mich drauf. Absolut. Ja, ich glaube, das ist aber auch für das, was Herr Thierry gesagt hat, könnte das nämlich der Schlüssel sein. Dass man, wenn wir überlegen, wie Grotten schlecht wir teilweise zu Hause gespielt haben, das könnte gerade dieses Problem lösen, weil Fabian auch einer ist, der dann irgendeine Situation kreieren kann, die eben nicht auf irgendeinem Taktikzettel steht, sondern er lässt vielleicht meinen aussteigen. Oder ich erinnere mich an dieses Tor, wisst ihr noch, das Tor gegen Dortmund war es, glaube ich? Ja, genau. Das sind so besondere Dinge. Das kann kein Taktiktrainer der Welt sich irgendwo aufschreiben, sondern das passiert halt einfach aus seiner Intuition heraus. Und ich glaube, für Heimspiel ist das ganz wichtig. Weil da stehst du dann oft vor einem tiefstehenden Gegner. Ja, und die Eintracht hat sich dann ehrlich gesagt den Ball immer hin und her geschoben, bis er irgendwann bei Williams gelandet ist. Er hat dann probiert, entweder zur Grundlinie zu gehen oder direkt schon zu flanken. Das war nicht immer von Erfolg gekrönt. Und ich glaube, dass die beiden Spieler, aber auch Mascarell, der auch sehr, sehr balldicher ist, Also wenn wir ein Dreier-Mittelfeld, sagen wir, wir spielen, keine Ahnung, mit Fünferkert oder Fünferkert, aber wir haben diese drei Mittelfelden. Und wenn das tatsächlich Mascarell, Fabian und Boateng sind, das ist schon übel gut, ehrlich gesagt. Also das ist, wenn ich mir so eine erste Elf ausmale und keiner verletzt sich, toi, 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 dann kann das schon nicht die Kratz werden. Aber wo ist denn dann der Schmachpunkt? Ich denke so oft darüber nach und denke so, eigentlich finde ich alle unsere Positionen ziemlich, also jetzt mal vielleicht von noch einem Innenverteidiger in Qualität von Valejo oder so, aber ansonsten finde ich immer so, ja, fuck, wir haben eigentlich echt auf jeder Position gute Leute, die ich gar nicht missen will. Aber wenn mir jetzt einer 10 Millionen geben würde und sagen würde, so, du hast jetzt 10 Millionen für einen Spieler, wen würde ich denn rausnehmen? Würde ich einen Haller rausnehmen oder würde ich einen Wolf rausnehmen oder einen Rebic? Also ich wüsste gar nicht, wo ich ansetzen soll. Auf der anderen Seite fehlt ja trotzdem was in der Offensive. Irgendwie so richtig liegt es an Kovacs Taktik. Ich weiß nicht, weil so richtig geil gespielt haben wir nicht. Nee, ich glaube aber eher, das hatten wir, glaube ich, in einer letzten Sendung auch schon besprochen, dass das, glaube ich, tatsächlich nicht an den Spielern selber liegt, sondern das liegt an der Ausrichtung halt. Also wenn du Allaire manchmal siehst, was er mit dem Ball anfangen kann, dann muss er aber auch jemanden haben, der dann da ist. Wenn er einen langen Ball geil verarbeiten kann und irgendwie, ja, sich gegen drei Leute teilweise sogar durchgesetzt hat und dann irgendeinen Ball geil ablegen kann, aber dann da keiner ist, dann finde ich nicht, dass das mit einer Qualität von Rebic oder Allaire zu tun hat, ehrlich gesagt, sondern einfach mit der Spielausrichtung. Und das ist vielleicht was, was Kovacs aber auch selber, glaube ich, in einem Interview letztens gesagt hat, dass er gesagt hat, wir müssen natürlich gucken, dass wir ohne hinten die Sicherheit aufzugeben, besser werden. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass das ein Kovacs-Plan drin ist, dass er das auch weiß. Und deswegen habe ich da noch nicht so große Angst. Und was du gesagt hast mit zehn Millionen, ich würde tatsächlich auch nur Vallejo holen für diese zehn Millionen. Ja, wollte ich auch sagen. Ansonsten würde ich nämlich keinen raustun, weil ich nämlich genauso wie du auch, Barcock und Stendera, ja, die könnten problemlos eingewechselt werden, aber das ist ja das Geile. Man hat nicht mehr diese Angst. Oh Gott, wenn sich jetzt einer verletzt. Wir haben es ja geschafft, dass Mascarello und Fabian verletzt waren und haben trotzdem mit Mannschaften auf dem Platz gehabt, wo wir denken, geil. Und selbst wenn sich Chandler jetzt nochmal verletzt, dann spielt halt Wolf da. Wenn jetzt Fabian noch nicht so weit ist. Selbst da Costa war ja nicht schlecht bislang. Tatsächlich. Was man von ihm gesehen hat, ja. Ja, und das ist, und ich glaube, wie du es gesagt hast, im Mittelfeld, überlegt euch mal, wie lange wir rumgebrüllt haben, dass wir endlich die zentralen Mittelfeldspieler haben wollen. Und der andere hat ständig keinen geholt. Und jetzt haben wir wirklich die Situation, dass ich gar nicht weiß, wo de Guzman und Fernandes überhaupt noch spielen sollen. Ja, stimmt. Und gerade Fernandes, ja, beziehungsweise fast, nee, fast eher noch, de Guzman rotiert für mich gerade schon wieder ein bisschen raus, jetzt auch wieder verletzt, ist auch ein bisschen unsteht, ja. Ja, aber für die 10 Millionen, wenn wir ja diese Kolportierten, die wir jetzt eben gerade einfach mal in den Raum geworfen haben, würde ich definitiv halt einen Endverteidiger holen. Das ist ganz klar, weil ich denke, das ist halt die Position, wo ich dann immer noch so ein bisschen Bedenken habe, Salcedo immer noch nicht hundertprozentig sicher, dann muss Russ mal wieder über 90 Minuten spielen. Da würde ich mir schon noch eine Option wünschen, auch wenn ich glaube, dass wir bei den 10 Millionen noch 5 Millionen da draufhauen müssen, um qualitativ das irgendwie einigermaßen abzudenken. Ist brutal momentan. Ich glaube auch nicht, dass der sowieso auf dem Markt ist, aber das wäre halt so eine zentrale Position, wo wir hier noch Verstärkung bräuchten. Offensiv würde ich das nicht, weil die müssen sich, glaube ich, auch erst mal wieder ein bisschen einspielen. Und wenn wir mal die Hoffnung haben, oder beziehungsweise nicht nur die Hoffnung, sondern das Tatsache umsetzen können, dass halt die 5 oder die 6, 7, die vorne spielen, mal dauerhaft zusammenspielen, dann wird das System auch besser. Also dann, glaube ich, harmonieren die auch viel besser. Wir haben nicht über Gacinovic geredet. Du musst mal überlegen, wie viele Spieler wir hier mal reden. Und ja, der Etienne hat es ja gut beschrieben. Das geht mir genauso. Wenn ich diese erste Elf durchgehe, dann sage ich, oh geil, oh geil, oh geil, oh geil. Das ist so, wenn die wirklich so zusammenbleiben, ja, das liest sich dann auf dem Papier natürlich echt geil. Und wenn dann irgendwie nur noch eine Taktik und ein bisschen mehr Spielglück teilweise dazukommt, dann kann das echt gut werden. Weil ich will jetzt mal, ohne zu weit vorzugreifen, einfach nur mal ganz die 5 ersten Gegner im Raum stehen lassen. Wir spielen zu Hause gegen Freiburg, in Wolfsburg, zu Hause gegen Gladbach, in Augsburg und zu Hause gegen Köln. Das ist ähnlich, wenn ich mir diese 5 Gegner angucke. Ist kein Spiel dabei, wo ich sage, okay, da verliert die Eintracht auf jeden Fall. Da dazwischen kommt noch der Pokal. Ja, genau. Lass uns mal Stück für Stück gehen. Wir werden ja gleich über den Pokal sprechen, denke ich mal, oder? Haben wir auch noch. Ja, aber Freiburg. Genau. Dann lass uns mal zu dem Thema Freiburg kommen. Das Hinspiel gegen Freiburg war 0-0. Die stehen jetzt aktuell auf Platz 13. Haben gerade mal 4 Siege geschafft. Sind jetzt auch in der Auswärtstabelle nicht so wirklich stark. Wir fangen jetzt in der Rückrunde zu Hause an. Haben natürlich so ein bisschen aus der Hinrunde dieses zu Hause nicht wirklich viel gewonnen Ding mit dabei. Also da müssen wir vielleicht da nochmal so ein bisschen nachlegen. Aber so prinzipiell kann man so als Rückrundenstart schon einen schlechteren Gegner erwischen. Ich habe mir genau das angeschaut, was du dir auch angeschaut hast. Das Auswärtstabelle. Da hat Freiburg eine Statistik von 1-2-5. Das heißt, sie haben nur einmal auswärts gewonnen, zweimal unentschieden, fünfer verloren. Sind nur 14. Da war ich echt voll Euphorie. Um mir dann aber zu denken, ja scheiße, da spielt eigentlich aber der 16. gegen den 14. Ja, das ist 16. Wir sind in der Heimtabelle halt auch nur 16. Das heißt, von der Konstellation, die da gerade ist, ist das ein Abstiegs-Duell. Und die Eintracht hat dann immer quasi einen Wechsel. Wenn die Auswärts spielt, das ist ein Champions-League-Duell. Wenn zu Hause ist es ein Abstieg. Ich hoffe sehr, dass wir da eine Lösung finden. Und ich weiß, ich frage einfach mal hier bei uns in die Runde, was ihr für Lösungsansätze hättet. Weil ich glaube, wir haben, ich habe ja schon die ersten fünf jetzt vorgelesen, wir haben viele machbare Heimspiele gerade jetzt in der Rückrunde. Und wenn wir da eine Lösung finden, glaube ich nicht, dass es abwegig ist zu sagen, die Eintracht könnte zumindest eine ähnliche Halbserie spielen wie die Hinole. Na gut, ich muss sagen, bei dem Heimspiel jetzt gerade gegen Freiburg, sehe ich die Eintracht schon in der Pflicht, auch wirklich mal das Spiel zu machen. Also das ist halt das Problem. Ich denke und ich hoffe, dass jetzt in der Winterpause jetzt gerade im kurzen Trainingslager auch dahingehend gearbeitet wurde. Denn es ist schon essentiell, dass, wie der Dennis ja auch vorhin gemeint hat, nicht nur immer, wie die Punkte einfahren, sondern auch ein schöneres Spielkonzept sich selbst zu erarbeiten und auch ein bisschen dominant aufzutreten. Und ich glaube, das wurde jetzt in dieser Woche schon, man hört ja sehr viel Positives. Ehrlich gesagt, du hast ja fast nur Positives von diesem Trainingslager. Da frage ich mich auch manchmal, ob diese gerade auf Wolke sieben sind oder so, aber wie auch immer. Anscheinend alles eitel Sonnenschein, wie bei allen anderen Bundesligisten auch. Gut, aber wichtig ist halt, dass wir unser Offensivsystem kultivieren und dementsprechend markant auftreten. Ich glaube, das ist schon durchaus möglich und Freiburg ist da ein guter Gegner für. Ja, also ich hoffe es auf jeden Fall. Bislang haben wir uns immer echt schwer getan gegen solche Gegner, die unangenehm zu spielen sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, so gegen diese Gladbachs und Schalkes und Dortmunds oder so, da ist das irgendwie, fällt es uns da leichter. Aber es sind eigentlich genau diese Gegner, wo ich mir dann auch mal wünschen würde, dass wir auch mal mit zwei oder drei Toren unterschieden. Ich würde gerne einfach mal so ein Statement sehen von uns. Wie damals war das, was gegen Köln, letzte oder vorletzte Saison, was war es, 4-1? Ich habe immer so ein schlechtes... Müsste 4-1 gewesen sein, ja. Das 4-1 ist einfach mal so ein Statement. Ich will einfach auch mal die Überschrift lesen. Oh, geil, das war so ein geiles Spiel. Ja, eben. Einfach mal nicht nur, ja, Glück gehabt, 90. Minute, drei Punkte, ja. Und man nimmt die drei Punkte, freut sich insgeheim, aber irgendwie geht man mit so einem Gefühl ins Bett. Ja, da haben wir aber Dusel gehabt. Ich will mal einen Gegner dominieren, wirklich mal auseinandernehmen. Nicht jedes Spiel, aber ein Spiel. Ein Spiel pro Saison, wo wir so einen Gegner richtig zerlegen und uns danach High Five geben und sagen, boah, ey, guck mal, wenn alles hundertprozentig klappt, dann kann sowas dabei rauskommen. Das würde ich mir mal wünschen. Und da fände ich eigentlich Freiburg perfekt für. Ja, nicht nur Freiburg, sondern halt auch die Situation quasi Rückrundenstart und zu Hause. Da halt eben dieses Statement setzen, so nach dem Motto, in der Hinrunde hat es nicht funktioniert, aber jetzt einfach dann halt wirklich mal mit so einem klaren Ding da rausgehen, um halt einfach da auch mal eben dieses Statement abzuliefern, so nach dem Motto, so und jetzt in der Rückrunde wollen wir auch zu Hause gewinnen und nicht hier Punkte die ganze Zeit lassen. Exakt, wir hatten das unter Schaf, wir hatten das unter Skibbe, wir hatten es unter Fee. Okay, das sind alles Trainer, die schlechter waren als Kovac, die schlechtere Mannschaften haben. Und trotzdem gab es da wenigstens auch mal ein Spiel, wo du mit der Zunge schnalzen konntest und sagen konntest, wow, Alter, das war richtig geiler Fußball gerade. Das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Das ist das Einzige, was mir diese Saison wirklich so ein bisschen negativ auffällt. Ja gut, da musst du auch dazu sagen, bei diesen Schafspielen hast du das 1-4-0 gewonnen, dafür hast du beim nächsten dann halt auch 5-1 auf den Deckel gespielt. Ja, aber trotzdem, es geht ja auch um die spielerische Qualität. Und da muss man sagen, die ist in der Bundesliga momentan eh sehr, sehr dürftig und die ist ehrlich gesagt bei Spielen der Eintracht auch momentan nicht gegeben. Das ist gar nicht ja böse gemeint, das ist ja in der Bundesliga generell das Problem aktuell. Aber wenn du ins Stadion gehst, dann siehst du bei der Eintracht leider auch nicht den Fußball, den du dir irgendwie erhoffst. Das können wir momentan auch ganz gut abfedern, weil wir eine super Punktzahl haben und wir sind auch zufrieden, das ist ja auch in Ordnung. Aber natürlich, wenn wir uns erhoffen, ein schönes Spiel zu sehen, dann brauchst du schon den ein oder anderen Appleboy, um ein besseres Spiel zu sehen. Und das wäre ja mal schön, dass das auch ohne funktioniert. Ich finde das aber trotzdem eine schwierige Situation. Ich bin da eher beim René, weil ich habe irgendwie Angst, dass wenn man so ein bisschen weiter nach vorne stochert, dass man vielleicht, dass vielleicht hinten irgendwas trotzdem zusammenfällt. Nee, glaube ich nicht, weil das Problem ist nicht hinten und nicht vorne, sondern das Problem war in der Mitte. Nee, ich glaube zum Beispiel, dass das Problem ist, wenn du eine richtige Grundordnung hast und du nicht mit so vielen Spielern nach vorne stürmst, dass du quasi nicht ausgekontert werden kannst. Und ich kann mich an ganz wenige Tore erinnern, wo die Eintracht ausgekontert wurde oder Situation. Ich glaube trotzdem, wenn du das aufgibst und vielleicht mit ein oder zweimal mehr nach vorne gehst, wo du dann automatisch mehr Anspielstationen hast, gibst du gleichzeitig aber auch diese defensive Ordnung ab, die uns aber eigentlich, die momentan trotzdem unser größtes Fund ist. Wenn du überlegst, die Eintracht hat, glaube ich, fast alle Spiele gestaltet, dass quasi fast alle Spiele waren mit einem Torunterschied. Also es war nicht so riesig verloren, du hast auch nicht hoch gewonnen. Das heißt, die Eintracht kann jeden Gegner auf ihr Niveau herunterziehen. Und dann haben wir, wenn wir ein bisschen Platz haben und kontern können, dann klappt das schon ganz gut. Das Einzige, was jetzt nicht klappt, ist, dass du zu Hause gegen Freiburg, Augsburg, Wolfsburg, ja, die dominierst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das wird auch nicht so schnell gehen, wie ihr euch das erhofft, ehrlich gesagt, weil das, glaube ich, ein Entwicklungsschritt ist, den ganz, ganz viele Mannschaften probieren und den auch zum Beispiel die Hertha probiert hat und die Hertha dann dadurch gerade wieder Probleme gekriegt hat. Also die Hertha hat das im Endeffekt zwei Jahre lang so gemacht, wie wir es gerade machen. Zu sagen, okay, voll konzentriert, immer rennen, immer konzentriert, bla bla, 1-0 gewinnen. Da hat das gut funktioniert. Und als sie dann probiert haben, den zweiten Schritt zu gehen, haben die angefangen, so ein bisschen zu struggeln. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Auch wenn ich es mir natürlich genauso wünschen würde. Freiburg, das liegt eigentlich auf der Straße, dass das das erste Spiel ist, was wir mit zwei Torenunterschied gewinnen, um dann direkt diese, was, 29 Punkte, wenn es dann, glaube ich, zu haben. Ja, und dann fährst du nach Wolfsburg und dann hat, glaube ich, tatsächlich Wolfsburg mehr Angst vor uns als vor denen. Ja, ja, es ist ein schwieriges Wabonspiel, was wir jetzt hier wollen. Dass wir auf der einen Seite erst mal uns freuen würden, wenn wir sicher und einigermaßen gut in die Rückrunde gleiten. Aber ich will noch mal ganz kurz zu dem Punkt kommen, der ja vorhin gesagt wurde. Es ist natürlich auch durchaus wichtig, wenn wir natürlich gerade so eine Rückrunde mit einem deutlichen Erfolg auch mal starten würden. Halt schon mit einem Ausrufezeichen. Ganz ehrlich, erinnern wir uns doch jetzt an das letzte Spiel, letzte Pflichtspiel, wo wir mit Mühe und Not 2-1 gegen Heidenheim gewonnen haben. Das steckt allen natürlich noch ein bisschen in den Knochen. Dann natürlich auch die Sache zuvor Schalke, wo du in der letzten Minute noch den Ausgleich kassiert hast. Das nervt, das zerrt an einem. Und das ist ja nicht dramatisch, weil wir trotzdem unsere Ziele bislang erreicht haben. Aber jetzt noch mal pünktlich zurückrunden, ein Ausrufezeichen setzen und nicht nur mit einem 1-0-Elfmetertor oder so, sondern halt mal mit einem wirklichen 3-1, was der Etienne halt gemeint hat oder 4-1 oder so. Wenn du mal sagst, bam, jetzt ist der Eintracht wieder da. Was ist los, ihr Leris? Ich glaube, das wäre für die Mannschaft auch wichtig, weil dann kommen diese Gedanken, die wir auch haben, an diese Heimschwäche aus der Runde, die sind dann halt auch weg. Also ich glaube, das sind auch viele Kleinigkeiten teilweise, weil du hast trotzdem auch gesehen, dass sie das können. Ich sage trotzdem, die besten 30 Minuten, die ich in der Hinrunde zu Hause gesehen habe, waren die tatsächlich gegen Wolfsburg, obwohl wir es verloren haben. Die haben losgelegt, da hätten wir 3-0 führen können direkt. Und das kam irgendwie nicht zurück. Ich glaube, und wenn wir wieder so 30 Minuten gegen Freiburg spielen, genau die gleichen, die können von mir aus 1-1 genauso spielen, nur die wichsen halt zwei Dinger rein, dann führst du 2-0, bringst das irgendwie mit nach Hause, gewinnst du, was weiß ich, 3-1. Ich glaube, das wäre für die Mannschaft und für die Diskussion und auch für uns selber, dass man dann gar nicht anfängt, darüber nachzudenken. Stell dir vor, du verlierst zu Hause gegen Freiburg wieder, dann ist das in den Köpfen drin zu denken, irgendwie zu Hause klappt es nicht. Und ich glaube nämlich, diesen Druck, wenn man sich an den Auftakt der Hinrunde erinnert, hatten wir immer durch diese schlechten Heimspiele den Druck auswärts zu gewinnen und haben das dann Gott sei Dank getan. Aber ich will mich da eigentlich nicht mehr längerfristig darauf verlassen müssen. Ja, sehe ich genauso. Ja, es ist schwierig, aber ich denke, wir sollten zumindest mal die Hoffnung haben, hier ein bisschen positiver in die Rückrunde zu starten. Auch, und ehrlich gesagt, ich will das auch gar nicht mehr hören. Mit Mi, 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 Mi in die Runde, da war man so schlecht zu Hause. Ist doch scheißegal jetzt. Weißt du, was ist los? Ich meine, wir haben doch einen optimalen Start jetzt mit, natürlich ist es schwierig, Freiburg auch zu bespielen. Ich meine, das ist ja auch keine Gaunermannschaft. Das ist doch klar, dass du erst mal sehen musst, dass du jemanden wie Nils Petersen einigermaßen irgendwie kalt stellst. Der ist gefährlich, der lauert, der weiß ganz genau, wie er die Bälle zu spielen hat, wenn er sie auf den Fuß bekommt. Ja, und auch sein, ich finde auch hier sein Mitspielpartner, Jorik Rave, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, bin ich nicht so französisch, aber auch der, also das ist alles nicht verkehrt. Das ist ja generell keine schwierige Mannschaft. Aber die Eintracht hat die Qualität und gerade zu Hause musst du jetzt schon mal zeigen, wem das Stadion gehört. Ja, ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie wir da jetzt halt dann auch so ein bisschen auflaufen. Es gibt ja so den einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch noch nicht ganz fit ist, zumindestens wird das spielen. Du hast dann wieder einen Abraham, der nicht spielt, einen Hasebe, der noch nicht fit ist. Dann hast du halt auch wieder so in der Innenverteidigung und da dann den Petersen da irgendwie so aus dem Spiel nehmen. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich glaube trotzdem, egal wer da spielt, dass die Abwehr stehen wird. Die stand die ganze Zeit. Ich mache mir eher Sorgen, dass uns nichts einfällt vorne und dass wir so ein bisschen, weil Streich trotzdem auch ein Trainer ist und Freiburg war, obwohl jetzt eine echte Auswärtsbilanz haben, gegen Ende der Hinrunde waren die trotzdem besser drauf, als zu Beginn. Also die waren so trotzdem in so einem kleinen Aufschwung. Haben dann auch wichtige Spiele gewonnen, haben sich so ein bisschen unten befreien können und ich hoffe, dass sie das im Winter wieder vergessen haben. Und trotzdem, es wird trotzdem so sein und ich habe das glaube ich fast vor jedem Spiel in der Hinrunde in einem Podcast gesagt, das wird trotzdem wieder so ein Spiel, wo auch Situationen entscheiden, die eben auf keiner Taktiktafel stehen, sondern das sind dann Situationen, wenn die Eintracht tatsächlich einfach mal früh in Führung geht. Also gegen Schalke zum Beispiel hat das ja genau funktioniert, wenn dann nicht dieser dreckige Naldo noch gewesen wäre. dass du dann plötzlich führst du einfach und die Eintracht weiß gar nicht warum. Und weiß auch nicht warum. Ja, ich habe es immer noch nicht verkraftet, wie ihr merkt. Ja, ey, das hat so Wege gemacht. Das hängt mir immer noch nach. Das ist auch schwierig. Das ist so übel. Ich hätte fast gekotzt, als es passiert ist. Ohne Scheiß, ey. Das hat sich angefühlt, als ob mir einer richtig in den Magen geboxt hat. Boah, war es widerlich. Du hast ja auch nicht erwartet, dass die Eintracht hier überhaupt plötzlich eigentlich überhaupt in Führung geht. Weißt du? Und dann bist du in Führung und denkst dir jetzt, schaukelst du das Ding doch irgendwie heim und dann nach und nach kriegst du ja noch einen auf den Sack. Das war ein richtig beschissener Saison. Also Hinrundenabschluss, muss ich echt sagen. Auch wenn es einen Punkt hätte ich vorher genommen, aber im Nachhinein ist es gar nicht. Ja, das ist die Entstehung davon, die wir es halt einfach nicht haben. Das ist auch so die Hilflosigkeit. Das ist auch ein Faul, ehrlich gesagt. Mich nervt das. Das ist ein Faulanwolf. Punkt, aus, fertig. Ja, das kommt noch dazu, aber das ist einfach die Hilflosigkeit, als dieser Ball da im 16-Meter-Raum da so hin und her trollert da und du sitzt so da und denkst dir nur so, Mann, hau den weg, hau den weg. Ich habe noch gedacht, so ist mir egal. Und wenn du drei eigene Mitspieler wegtrittst, hau das Ding dann. Aufsache, der Ball ist weg. Jetzt ausgerechnet Naldo fällt die Kugel vor. Ist egal, ist vergangen. Ist vergangen. Ja. Aber ich wollte auch jetzt gar keine Runden wieder aufreißen, unter anderem meine eigene, aber ich meinte diese Situation, ich befürchte, dass die Eintracht trotzdem noch auf so ein bisschen Spielglück angewiesen sein wird, aber ich bin trotzdem, Marvin hat mich jetzt angestellt, ich bin froh und mutig. Ich muss diese Euphorie zulassen, auch wenn mir das schwerfällt, weil die Fallhöhe und die Enttäuschung größer ist. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ganz rational bin und wäre kein Eintracht-Fan und würde das von außen betrachten, gewinnt die Eintracht das Spiel und spielt eine gute Rückrunde, weil das eine geile Mannschaft mit geilen Fans und einer geilen Stimmung im Umfeld ist. Punkt. Was soll ich? Ich kann mir, auch wenn die Leute sich immer feiern, wenn ein Eintracht-Podcasts so aufrücken, sind die besten Folgen, bla bla. Ich kann es leider nicht konstruieren. Ich kann es leider nicht konstruieren, weil ich, ja, wie gesagt, ich bin mittlerweile sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser Mannschaft. Ich finde die geil und habe richtig, ich habe, ohne Scheiß Leute, ich habe so einen Bock am Samstag ins Stadion zu gehen. Also das einfach und dann schießt die Eintracht 1-0 und dann reißt du deinem Kumpel die Haare vom Kopf und yeah, fällst drei Reihen runter. Dann ist die Jacke, ist nass mit Eppler, yeah, und dann guck, ach, keine Ahnung, meine Güte. Wir werden es sehen, Fußball ist irgendwie mit das Anstrengendste, mit das Geilste, aber auch das Grausamste. Das ist irgendwie keine Ahnung. Übel. Ja, da geht es viel hoch, aber auch viel runter. Das ist nicht einfach für so Nervenkosten. Auch immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. So, wenn man, weiß ich nicht, sich mit irgendwelchen Bayern vergleicht oder so, dann denkt man immer so, ach, ich will auch mal sowas vielleicht haben oder sowas, aber wenn du dich dann, nee, ich weiß ja, aber wenn ich mich zum Beispiel hier mit HSV-Land vergleiche, hier wo ich wohne in Hamburg, da kann ich nur sagen, es geht auch immer noch eine ganze Ecke schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Ja, dieser Realitätsabgleich, den braucht man zwischendrin auch manchmal, Also, nee, es ist wirklich, dadurch, dass auch hier natürlich viele Kollegen und Freunde von mir HSV-Fans sind, ich kann das natürlich ein Stück weit nachempfinden, aber die sind jetzt schon so lange unten drin und die sind das Gelächter der Stadt sozusagen. Also, den HSV nimmt halt wirklich keinen Mensch hier ernst und alle hassen ihn, sogar die Leute, die Fans von ihm sind, hassen ihn und jeden Funktionär und die haben ja auch schon alles versucht, Präsidium, weiß ich nicht, Chef, Trainer, Manager, die haben ja alles ausgewechselt, was du mehr oder weniger, was du auswechseln kannst und es bleibt halt trotzdem scheiße. Das ist echt frustrierend, glaube ich, wenn es, insofern bin ich total froh, dass seit Kovac und Bobic da sind, so eine krasse Entwicklung bei der Eintracht zu spüren ist. Das tut richtig gut, man hat wirklich endlich wieder das Gefühl, jetzt haben sie da den Petsa Joli oder wie er heißt, eingestellt. Super geantlegen. Ja, und das sind einfach so Sachen, die freuen mich so krass, das zu lesen, weil ich das Gefühl habe, okay, endlich checkt ihr es mal, wie dieses Game funktioniert und dass es nicht einfach reicht, irgendwie am Riederwald den Hölzenbein stehen zu haben, der ein paar Sprühe rüberruft, sondern irgendwie das Spiel hat sich einfach verändert. Wenn du konkurrenzfähig sein willst, musst du halt ein paar Sachen machen und das tut total gut, dass die Eintracht da mittlerweile solche Ambitionen auch hegt und man spürt es richtig, dass der Bobic und auch der Kovac, dass die, die sagen das jetzt nicht, die gehen nicht raus und sagen, hey, wir wollen Platz vier werden nächstes Jahr oder so, aber du spürst es, dass die nicht zufrieden sind, dass die dir nicht ankommen mit von wegen moderner Städtekampf Bundesliga ist doch schon toll dabei zu sein, sondern die sagen, du merkst richtig, weil es auch selber Profisportler auf höchstem Niveau waren, die haben fucking Ehrgeiz, die wollen was erreichen, die geben sich nicht damit zufrieden, einfach irgendwie zu sagen, ja, Platz vierzehn ist doch anständig, ich habe nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, sondern die haben Ambitionen und das freut mich, das motiviert mich als Fan auch. Ja, ich hatte so ein Schlüsselerlebnis irgendwie diese Saison, das war tatsächlich, da habe ich mich zum Beispiel über so einen späten Ausgleich auch krass geärgert, aber nicht so hart, das war in Mainz, als ich vorhin zu Mainz nach Hause gefahren bin, ist mir eigentlich klar geworden, dass wir eigentlich jahrelang immer ein bisschen neidisch rübergeschaut haben, boah, die scouten ganz gut, die hatten die Bruchweg, Beuschale, Schöle, Holpi, bla 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 bla, und dann ist mir eigentlich klar geworden, als ich die Mannschaften auf dem Platz gesehen habe und die Eintracht war auch nicht so gut an dem Tag, aber ich habe trotzdem die Mannschaften gesehen, du hast so die Fanszenen gesehen, dann habe ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich hoffe nicht, dass mir das jetzt in den nächsten zwei Jahren um die Ohren fliegt, aber ich habe das Gefühl, die Eintracht hat genau das, was der Tieran gesagt hat, die hat's Kraft langsam und dass es nicht so schwer ist, mit den Voraussetzungen, wie wir haben, besser zu sein als Mainz. Das war ja oft so, dass du Interviews lesen musstest, wo Bruchhagen sagt, ja, Mainz ist immer noch ein Stück weit vor uns, weil die haben irgendwie mehr Geld in der Fernsehtabelle und so ein Krab, wo ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein, der kann ja nicht sein, Mainz hat die, die haben zwei Millionen mehr geht, da müssen wir erst mal aufholen, wo ich mir denke, willst du mich verraschen? Und dann habe ich mir gedacht, wir sind hier, wir sind Eintracht Frankfurt, wir sind viel lauter als ihr, die Mannschaft, die auf dem Platz ist, war auch besser. Also diese Eintracht hat zwar nicht gut gespielt, aber die hätte das verdient gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, wenigstens haben wir Mainz überholt und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, auch in der Kürze der Zeit, dass Mainz 05 uns jetzt mittlerweile hinterherhinkt, was nicht immer so war. Und wenn man, wie gesagt, ehrlich ist, hat man manchmal so ein bisschen neidisch rüber geschüttet, weil die in der Vergangenheit zumindest öfters richtigere Entscheidungen als wir getroffen haben. Und ich glaube, zumindest das kann man sagen, dass wenn wir zu Hause gegen Mainz im Pokal sind, dass wir da der Favorit sind. Unabhängig davon, was dann wirklich passiert. Jetzt bleibe ich mal gerade bei deinem Punkt, weil ich finde, das ist ohne jetzt, also wir können jetzt auch gleich über das Spielpokalspiel noch reden, aber ich muss auch sagen, dass Mainz definitiv ein Verein ist, den wir schon einigermaßen überrundet haben, was auch damit zusammenhängt, dass wir natürlich eine Konstante haben, die sonst auch, oder Bruchhagen vielleicht nicht, die Abo-Achtung bekommen hat, die es aber im Endeffekt auch entfalten kann. Es ist halt auch die Fanszene. In schlechten Zeiten ist es dann halt doch so, ja, bei wem ist es denn größer? Und bei Mainz siehst du, dass das Stadion an Dauer nicht voll ist. Tabellenplatz 13 ist unsexy oder so, wo sie ja zwischenzeitlich gelandet sind. Und dann plötzlich ist das Stadion nicht mehr voll und du hast überhaupt keinen Hype mehr, weil die Mannschaft selber nichts Wunderbares kreiert. Das heißt, es gibt nicht diesen Hype und dann plötzlich bleiben die Fanszenen aus und auch die Attraktivität für die Spiele ist dann einfach nicht mehr so da. Und da haben wir natürlich jetzt ein Stück weit nachgesetzt. Natürlich haben wir auch Geld investiert. So Leute wie Alair, die kommen auch nicht für ein Apel und ein Ei, aber da sind wir in Vorleistung getreten. Aber viel wichtiger ist halt gerade das, was jetzt auch gesagt wurde von Etienne, dass wir auf der anderen Seite auch die, ja, aber auch die Professionalisierung im Hintergrund vorantreiben. im Backoffice, will ich mal meinen. Also, dass wir dann jemanden holen wie Pezzahuli, Pezzahuli meine ich, wie Pezzahuli, der ja wirklich ein extrem erfahrener Trainer ist mit, was weiß ich, wie lange ist der jetzt schon Trainer? Ich glaube, 16 Jahre schon. Er ist jetzt kein hochdekorierter Fußballer gewesen, aber er ist jemand, der, glaube ich, seit 2000 im Profibereich einigermaßen, ich glaube, sogar davor schon beim KSC halt, seit 2000 im Trainerbereich viel geleistet hat, aber auch viel unterwegs war, auch international in Südkorea unterwegs gewesen, dann mal wieder Profistationen bei Eintracht Trier, dann lange Zeit in den U-Nationalmannschaften. Das heißt, du hast natürlich eine gewisse DFB-Prägung, auch mal, das klingt ja jetzt ein bisschen negativ, aber ich meine jetzt eine positive DFB-Prägung im Nationalmannschaftsniveau, das sind doch alles Vorteile, die wir jetzt in unserem Jugendbereich weiter mit einbringen können. Ich finde, das ist eine absolut herausragende Verpflichtung. Mir wäre es gar nicht klar gewesen, dass die Eintracht überhaupt erstens sucht und zweitens, dass sowas möglich ist und bin umso froher, dass wir uns breiter dementsprechend aufstellen. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir konträr zu dem agieren können, was Bruchhagen immer gesagt hat, alles blablabla zementiert. Wenn du dich so professionell aufstellst und da nicht stehen bleibst, sondern weitermachst, dann wirst du die nächsten Schritte noch gehen. Naja, wir sind halt in der Ära Bruchhagen immer in dieser geneigten Bücklingshaltung, immer so fünf Schritte hätte den anderen hergelaufen, weil wir immer mit diesem Argument gekommen sind, von wegen, da kann sich ja eh nichts ändern und jetzt haben wir halt eben aufgeholt und laufen halt zwei Schritte zum Teil vor den anderen Mainz und Co. Und die spannende Frage ist halt jetzt eher, können wir diese zwei Schritte da vorne weghalten und vielleicht noch irgendwie ein bisschen zulegen oder rutschen wir halt irgendwann wieder so ein bisschen ab? Das ist ja dann jetzt so ein bisschen das, wo sich jetzt die Weichen dann da halt einfach auch so ein bisschen stellen bei. Ganz klar. Aber wie gesagt, wir haben es ja eben schon angedeutet, nächste Runde der FB-Pokal können wir schon dafür sorgen, dass wir Mainz auch dauerhaft auf Distanz halten. Genau. Ausgelost wurde am Sonntag. Wir spielen zu Hause gegen Mainz am 6. oder 7. Februar. Eins von beiden. Wahrscheinlich eher der siebte, glaube ich. Hätte uns schlechter treffen können denn der sechste, müsste ja der Dienstag sein. Der siebte ist ja Mittwoch. Okay, dann weiß ich nicht genau. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, ich finde die Auslösung absolut geil. Also ich meine, wir spielen zu Hause, das ist schon mal super. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die total euphorisiert waren und Karten haben wollten. Das klingt für mich sehr positiv. Also ich glaube, wenn alles gut läuft, ist, das Ding ausverkauft. Für mich ein absolut machbarer Gegner. Also ich habe ja eben schon ein bisschen gegen den Mainzer, nicht wenigstens gefeuert, aber ich finde, das ist jetzt keine unschlagbare Mannschaft. Und ich glaube, die werden es schwerer haben als wir. Und ich bin da ziemlich optimistisch. Als Tabellen 15 der Mainz momentan sowieso nicht so richtig gut in Form. Ich habe voll Bock und noch mehr Bock auf die nächste Runde. Ja, und Mainz ist ja, ein komischer Verein geworden auch. So ein bisschen das sagst du auch jedes Mal. Unbedeutend irgendwie. Ja, und das ist auch irgendwie, wirkt das wie so ein verzweifelter Move zu denken, wow, Frankfurt, da ist voll cool, die haben so Boateng und so wollen wir auch uns ein Boateng und dann holen die den abgeheiferten Nigel De Jong, der wahrscheinlich in der 5 Minuten vom Platz fliegen wird. Mein Problem ist tatsächlich und ihr wisst es, alle wissen es, ich bin immer, immer, immer sehr, sehr skeptisch. Immer. Gerade als Eintracht-Fan muss man darauf passen, wahrscheinlich reden wir uns hier auch in den Rausch und die Eintracht steigt wahrscheinlich noch ab. Nein, aber wenn man ganz nicht dann ist, dann muss die Eintracht die zu Hause weghauen. Dann bist du im Halbfinale und dann ist sowieso wieder alles drin. Und das ist, das lässt mich jetzt schon vor Aufregung wieder fast kotzen, weil ich so einen Bock habe wieder nach Berlin zu fahren. Mann, ja. Freust du dich auch, Etienne? Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe, als ich gehört habe, dass wir gegen Mainz zu Hause spielen, habe ich gejubelt, also besser geht es ja nicht. Aber man darf die natürlich echt nicht unterschätzen. Das ist schon so ein bisschen auch unser Angstgegner. Und man, aber auf der anderen Seite denke ich, ey, fuck it, wenn du ins Finale willst, musst du halt Mainz zu Hause weghauen. Da gibt es gar keine, da darf man dann jetzt auch nicht sich irgendwie in die Hosen kacken oder so, sondern muss man sagen, passt mal auf, wir sind hier Pokalfinalist, wir haben auch gegen Dortmund gut ausgesehen im Finale, wir holen uns diesen Pott jetzt gegen die Drecks Bayern wahrscheinlich. Und ja, keine Ahnung, da darf man dann auch nicht in Respekt irgendwie erstarren oder so. Also klar, ein bisschen Respekt muss man haben, aber dann weghauen bitte. Und ja, das wäre natürlich krass. Aber ich will jetzt auch nicht über das Finale reden, ich will nichts jinxen irgendwie. Ja, genau. Lass uns erst mal jetzt Mainz wegballern und von Spiel zu Spiel. Ja, sehr gut. Ich habe das übrigens nicht mitgekriegt, dass die Nigel De Jong verpflichtet haben. Die haben Nigel De Jong gehört. Ja, Nigel De Jong, wie alt ist der? Der ist doch schon 100. 100. 33 ist der erst. Echt? Krass. Seht aber älter aus. Das ist eine steile Karriere von Man City nach Mainz. Oh Gott, ja. Wie alt ist der mittlerweile? 32? 33. 33. Naja, De Jong ist halt eigentlich immer schon so ein grobschlechtiger Treter gewesen. Also, jetzt von Galatern. Ich hoffe, dass Boateng den einfach, den Boateng holt, nach fünf Minuten holt er den vom Platz. Ja, ohne Mist. Der guckt den aber auch nur böse an. Der guckt den böse an und dann lässt er sich zu irgendeinem Tritt hinreißen. Der Boateng weicht dann aus und denkt, ja gut, der versucht es hier. Zack, rot. Ciao, mein guter Freund. Kannst du zum Johannes der Clown gehen? Hallo. Hab was für dich. Hallo, Nigel. Grüße. Suchst du noch eine Wohnung? Ich habe bezahlbaren Wohnraum für dich. Komm her. Nein. Gut, aber ich habe richtig Bock und zu Hause. Vielleicht gewinnt ja, ich habe gehört, dass Bremen irgendwie die letzten acht Pokalspiele gegen Eberkusen im Monat, wäre mir ganz recht, wenn die das wiederholen würden, das neue Spiel auch noch gewinnen und dann hast du ein halbespiel gegen Bremen im Halbfinale und dann schauen wir mal. Gegen Schalke dann vielleicht. Grüße. Genau. Und dann, ja bitte, gegen Schalke, Alter. Gegen Schalke im Pokal und dann die große Sache. 19. Minute, Naldo Eigentor und dann ziehe ich meine Hose aus dem Stadion. Yeah. Das ist ein Bild, Heil. Naldo. Basti ist heute schon ein bisschen am Eskalieren. Erst mal Bier überschütten, dann Hose ausziehen. Freut mich. Ich freue mich auf den Grund. Dem Kumpel die Haare ausreißen hatten wir auch schon. Ja gut, das ist nochmal. Hatte noch glatzköpfige Freunde bald. Ich wollte gerade sagen, kommen alle nur noch mit Mützen mit mir ins Stadion. Ja, genau. Die sind nicht mehr gebrochen. Ja, so. Naja, ich muss auch über das Naldo Traum hinwegkommen und hoffe, dass der René ein neues schönes Thema hat. Ich soll ein neues schönes Thema aufmachen. Da wollen wir erstmal nach Freiburg fertig machen. Da haben wir noch nicht getippt. Ach so, na gut. Herr Marvin, fangen Sie doch mal an. Sie stehen hier als Erster in der Liste. Na gut, wenn ich als Erster in der Liste stehe, dann muss ich wohl sagen, muss ich meinem grenzenlosen Optimismus wohl viel Raum lassen. Sag 3-1 für die Eintracht. Du sagst 3-1. Weiß auch gar nicht. Ja, so ein Tor, so ein Elfmetertor macht halt der Pedersen, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay. Basti? Oh Gott, ich bin gerade so ein bisschen Dr. Jackler, Mr. Hyde mäßig. Ich kann mir alles vorstellen. Ich sag 1-0 für die Eintracht. Du sagst 1-0 für die Eintracht. Das heißt, du lässt die Hose an. Etienne? Ich reiß die Hose ab. 3-0. 3-0. Das wird das Ding, von dem ich gesprochen habe. Es wird dieses eine Spiel, wo alle sagen werden, wow, Eintracht Champions League oder was? Ja. Das wird das Spiel. Ich ziehe die Hose aus und verbrenne sie und sage 4-0. Yes. Ja, aber zu mir, was sage ich, Eskalier hat jetzt beide. Der eine hat sie abgerissen, der andere hat sie verbrannt. Ich habe sie wenigstens nur ausgezogen. Also meine Hose ist noch ganz. Du hast diese Adidas-Hosen, die man so schnell aufmachen konnte. Die will man ja auch nicht verbrennen, die qualmen ja nur. So, dann lasst uns doch mal gucken, was wir so auf der Liste für die aktuellen Themen noch so haben. den Herrn Pezzaioli hatten wir ja gerade eben schon angesprochen. Dann gibt es ja immer mal wieder so diese Auswertung, wie denn, das gibt es glaube ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal, wie die einzelnen Bundesliga-Vereine in so einer Social-Media-Liste stehen, was so Fans und Interaktionen und so weiter angeht. Das muss jetzt erstmal nicht gut oder schlecht sein, da kommen wir gleich noch zu. Aber da hat die Eintracht mal wieder, wie schon im vergangenen Jahr, die Spitzenposition erlangt. Dann sind wir wieder bei dem Thema der Fanbase, dass wir einfach auch viele Fans haben, die auch unwahrscheinlich aktiv sind. Und auch da muss man ja dazu sagen, ist der Verein ja in den letzten Jahren auch erheblich professioneller geworden. Ja, das ist ein weiterer Mosekstein, der mir auch sehr, sehr, sehr gut gefällt. Alles mögliche, ob es vom Merchandising ist bis Social Media, bis das Ganze auftreten. Selbst die größten Befürchtungen, die ich hatte, und ich bin ja immer noch kein großer Freund, aber trotz, selbst Freddy Bobic, außer seinen kleinen Ausfall jetzt am Sonntag, hält sich ja wenigstens auch zurück. Ich habe keine Bilder mehr gesehen. Was war los? Ich habe nichts mitgekriegt. Was für ein Ausfall? Ja, Ausfall nicht im Sinne, aber der war am Doppelpass, hat er wieder da rumgesessen mit den Leuten. War doch irgendwie die, waren es 25? Der Mario Basler hat da gesessen und meine Güte. War Doppelpass auf Bord 1 und Bobic ist extra einen Tag früher aus dem Winter-Trainingslager abgereist, um am Sonntagmorgen im Hilton am Flughafen zu sitzen, um da mit Mario Basler und den anderen Herrschaften, Heribert Bruchhagen war übrigens auch da, über die Bundesliga zu reden. Das kann man verkraften, das kann man verkraften, wenn man überlegt, was am Anfang, was die Befürchtungen hatten, also die, wir sind es ja durchgegangen, der Marvin hat ja diesen Hashtag, was macht Bobic, erfunden. Da muss ich ja überlegen, da waren Bilder mit irgendwelchen dubiosen Schlagersängern in silbernen Westen, da hat er sich mit Matze Knob im Fernsehgarten fotografiert. Also da muss ich auch sagen, ich bin froh, dass er zumindest sich zurückhält, gute Interviews gibt und solche Dinge nicht mehr macht. Vielleicht hört er doch hier zu und hat dann gedacht, ja, die haben recht, die Jungs. Ich mache sowas nicht mehr und da kann ich auch einen Auftritt im Doppelpass, der wahrscheinlich sogar dazugehört, kann ich dann verkraften. Ich habe es mir allein, weil Bobic jetzt da war, habe ich dann doch mal wieder reingeschaltet. Ich habe es nicht länger als 30 Minuten ausgehalten, weil es war dann schon arg schwierig, sich das anzugucken. Also das war so zwischen Schreianfall und Fremdschämen war da irgendwie alles dabei. Da hat Bobic sich aber auch sehr zurückgehalten. Muss aber gar nicht, weil die reden eh nicht über die Eintracht-Durfe. Ne, die haben wenig über die Eintracht gesprochen und es ist auch schwierig gegen einen Basler anzukommen, wenn der einmal anfängt, da irgendwie nach dem dritten Wodka-Lemm irgendwie morgens in der Flucht anfangen zu reden. Aber es war halt schon also schwere Kost. Also das finde ich halt auch, wenn du da irgendwie Menschen sitzen hast, die ein doch sehr gehobenes Durchschnittsalter haben und anfangen, sich über junge Fußballspieler und junge Fußballfans zu unterhalten, merkst du halt auch, wie viele Jahre da einfach irgendwie verloren gegangen sind. Dass ihr das noch ernst nehmt? Ich habe es nicht, ich schaue es auch nicht mehr, weil ich will mir auch nicht den Vorwurf anhören, ja, dann schaust du auch nicht, weil die Leute, die das sagen, haben recht, aber soll ich mich da aufregen? Mein Gott, es gibt. Ja, also wie gesagt, ich habe es eine halbe Stunde ausgehalten, aber dann habe ich auch weggemacht, weil es war. Ich glaube, ich habe es nebenbei laufen lassen, bin wieder eingeschlafen, also insofern. Ich glaube, ohne Ton wäre es auch wesentlich besser gewesen. Ach, ist doch alles, ist doch egal, da ist doch Basler, das ist doch eine Entertainment Show, da glaubt doch keiner, dass irgendwie noch über Fußball gesprochen wird, insofern ist das doch, man muss das irgendwie so einordnen, wie das halt ist. Also wenn dann Basler dann irgendwie großartig, deren sehr tolle Karriere als Trainer bei Rot-Weiß Frankfurt hatte, von den fünf Spielen hat er, glaube ich, keins gewonnen oder so. Also es war ja, wo er dann ein Tag, nachdem er eh gehen wollte, dann wirklich gegangen worden ist, also sehr dubiose Geschichte. Also dieser Basler, nein, was soll ich dazu sagen, aber wenn der dann in die, wenn der dann in den Himmel gehoben wird, als der Fußballer, der noch einigermaßen Klartext spricht und so Typen hatten wir nicht mehr, warum rauchen die heute nicht mehr die Fußballer? Wenn das als Kriterium genommen wird, was muss ich denn dazu sagen? So, weißt du? Warum rauchen die eigentlich nicht mehr so eine Scheiße? Ich habe früher geraucht, damit die mehr rennen können, als du, du Depp. Ich habe früher geraucht, ich habe meinen Mund aufgemacht, heute sagen die nichts mehr, ich kann mir die Interviews nicht mehr anhören, er ist ganz schlimm. Also halt nicht im hessischen Akzent, aber es ist halt wirklich, das war schon ein bisschen. Aber wir werden, wir werden nachher noch drauf kommen, Mario. Also das ist eine letzte Stimme. Wenn er heute noch spielen würde, wäre er mehr wert als Neymar, hat er auch noch. Ja! Super, ich liebe ihn. Da gab es dann eine Werbeunterbrechung und da war dann irgendwie Mario Barth, der Werbung für irgendeine Versicherung gemacht hatte und wenn du nicht hingeguckt hättest, du hättest tatsächlich keinerlei Unterschied gemerkt. Es passt aber doch auch zum Klientel dieser gesamten Sendung. Na gut, aber lass uns doch nicht darüber reden, der Abend ist viel zu schön. Da war gerade ein schönes Thema drin, nämlich Ablösesummen und Ablösesummen wurden jetzt auch für einen Ex-Eintrachtspieler gezahlt und zwar der Herr Tosun, der nach, zu Everton wechselt für round about 30 Millionen und die Eintracht kriegt, sage und schreibe, 500.000 Ausbildungsentschädigungen. Das tut so weh. Vor allen Dingen, ihr wisst noch, dass das damals ja so ein Vertrag war, der sich automatisch verlängert hätte, wenn er irgendwie noch einmal für 15 Minuten oder so und Details nicht mehr. Aber es war nicht mehr viel, er hätte irgendwie noch einmal eingewechselt werden müssen oder irgendwie sowas. Das ist echt, ja gut, was soll man zu Skibbe noch sagen, aber das war, das war einfach nur hart. Das war einfach nur hart. Und wenn du dann überlegst, dass du dann da so ein Gekas vorne hattest und ach Gott, ist das alles so bitter. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, wie sowas passieren konnte. Der Typ, der hat ja Frankfurt geliebt, der wollte ja nicht weg. Der wollte ja nur spielen, aber der wollte ja nicht weg. Das ist ja ein Frankfurter Bub im Prinzip. Der will ja, der wollte ja bei seinem Heimatsverein den Durchbruch schaffen und hat einfach nicht die Chance gekriegt. Und dann, ich habe das echt mitverfolgt, wie der da in der Türkei dann sich immer weiterentwickelt hat. Ja, und jetzt ist er einer von den Großen. Ja, ich meine, das ist schon krass. Also ich meine, die Tatsache, wie toll er sich entwickelt hat, er ist bei Gazian Tepšpor zu einem absoluten Stammspieler nicht nur geworden, sondern auch teilweise zu einer Führungsflüge, dann zu Besiktas zu gehen und ein ums andere Mal da auch in der Champions League zu brillieren. Das war schon herausragend. In der Nationalmannschaft auch, ja, ich glaube, 25 Spiele, 8 Tore gemacht, auch eine feste Position sich dort erarbeitet. Das ist ein kontinuierlicher Aufwärtsweg, den er auch einfach gebraucht hat, den man ihm aber auch hätte geben können. Das ist etwas, da werde ich heute auch noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe vor, keine Ahnung, vor vier Jahren schon immer noch drüber gesprochen, dass hier was Tosun und so macht, irgendwie wäre das ja mal ganz cool gewesen, wenn er wieder zurückgekommen wäre. Das ärgert mich und das ärgert mich ewig und da muss ich sagen, das war ja auch ein mega, das war auch ein ziemlicher Fehlschlag vom Bruchhagen, der das ebenfalls falsch eingeschätzt hat, abgesehen davon, dass Skip anscheinend da geistig umnachtet war oder sich wahrscheinlich ein zu viel getrunken hat oder so. Was weiß ich, ja, auf jeden Fall, das ist ziemlich bitter und ärgert mich bis zum heutigen Tage, dass du siehst, dass jemand aus Wetzlar, der so ein Talent hatte, auch dementsprechend weitergehen kann zu einem Top-Verein mit einer herauskraschen Ablösesumme. ja, es ist umso bitterer, dass wir nicht eine ähnliche Summe ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ja, reinbekommen haben. Ja, oder zumindest haben diese 15 Minuten Spielen das Vertrag verlängert irgendwie abgeben und sich wenigstens reinschreiben lassen hier an irgendwelchen Weiterverkaufskram und sonst irgendwas. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, mich ärgert das, mich ärgert noch viel eher die Tatsache, dass wir halt, dass es so viele Stellen gab innerhalb der Eintracht, die gemeint haben, sie erkennen das Talent und es empfohlen haben, aber auf vorderster Ebene und das eben halt nicht gesehen wurde und stattdessen weiter mit Gekas herumdeletiert wurde. Das ist etwas, was mich tierisch ärgert, dass er dann irgendwann später, wenn er sich durchgesetzt hat, er eh verkauft worden wäre. Okay, so, weißt du, aber dass es total verkannt war und jeder, der Tosun einigermaßen kennt, weiß, dass der überhaupt nicht weg wollte. Das war ein Eintrachtler von vorderster Güte, der hat den Adler schon extrem im Herzen getragen, seine ganze Jugend hat er bei der Eintracht bestätigt. Der ist hier aufgewachsen, der hat nix, der hat bis auf bisschen Raunheim, bisschen Braunheim, nur Eintracht gekannt. Und das ist halt, das ist ein Frankfurter Junge und das ärgert mich halt immer noch, aber ich wünsche ihm alles Gute. Der Pesiktaş hat alles richtig gemacht, habe 22 Millionen, glaube ich, jetzt für den bekommen oder 30, je nachdem. Ich glaube, das letzte, was ich gehört habe, war 22, aber das kann sich auch nochmal erhöhen und ich hoffe, dass er sich in der Premier League durchsetzen kann, weil dafür ist er relativ schmächtig, aber hat er eine ziemlich gute Grundschnelligkeit. Ich bin gespannt. Was sagt ihr eigentlich zu Kittel, wie der momentan in der 2. Liga, verfolgt ihr das? Sieben Tore, das ist auch richtig gut. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil Kittel, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, wollte er jetzt aber für die polnische Nationalmannschaft auftreten. Und ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, haben die sich irgendwie qualifiziert? Ich bin komplett raus, was das Nationalmannschaftsgame angeht. Weiß das jemand? Weiß ich nicht. War es Polen? Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, qualifiziert. Ja, okay, also wenn sich Polen qualifiziert hat, ja, dann kann es gut sein, dass wenn er weiter so performt, dass er dann nicht, dass er im Sommer dann bei der Weltmeisterschaft antritt. Natürlich mit, bei 18 Spielen, sieben Toren, sieben Assets, wie du gerade gesagt hast, ist es natürlich eine ziemlich gute Quote. Man hat ja in der letzten Saison schon ein bisschen festgestellt, dass er, wenn er mal Spielzeit bekommt bei Ingolstadt, dass er dann auch ganz gut abliefern kann. Aber jetzt in der 2. Liga hat er seinen Weg gefunden, mit 25 Jahren nicht so alt. Kann auch ganz geil werden für ihn. Ja, aber das ist einer, das ärgert mich jetzt nicht so krass, weil ich trotzdem auch, ja, das Gefühl hatte, vielleicht für ganz oben reicht es nicht. Weil er, wie du gesagt hast, er ist jetzt auch schon 25. Ich glaube nicht, dass er noch den unfassbar steilen Weg gehen würde. Er wird vielleicht Bundesligaspieler. Aber keiner, wo ich sage, oh Gott, hoffentlich ist der, wer der ist denn noch hier. Also, das ist so ein bisschen bei Tosun, ist das wirklich, wie du sagst, schon so ein bisschen anders, weil das auch eine Zeit war, wo ich sagen würde, ja, also die, warum, als er nicht gespielt hat, haben ja keine gespielt, die uns dann irgendwie weitergebracht hätten. Also, und da ist ja auch nichts passiert, was uns irgendwie in die Zukunft gebracht hat. Also, da ist ja, da wurde ja hier rumgemacht, wo du gedacht hast, das kann alles nicht wahr sein. Skibbe ist zu spät zum Training gekommen. Dann wurde sein Laptop geklaut, wo irgendwelche Porno-Videos drauf waren. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich mir das überlege und dann, ja, gut, lassen wir das mit Skibbe und was weiß ich, wer da alles noch kam. Der Herr, der ist in Köln rumturnt, aber umso zufriedener können wir ja sein, dass das hier nicht so ist und dass wenn zum Beispiel ein Alarma geht, wovon ich ausgehe, dass das in den nächsten zwei Jahren vielleicht passiert, dass wir dann sieben Millionen bezahlt haben und keine Ahnung, 28 dafür kriegen. Und das ist etwas, worauf ich immer noch warte. Das kann man, das ist natürlich ganz klar, dass es dort, weil die Verantwortlichen das scheinbar auch erst vor zwei Jahren erkannt haben, muss man auch mal sagen bei der Eintracht. Die Eintracht macht zwar viel richtig gerade, aber auch ein bisschen spät. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Rocket Science hier erfunden haben, sondern das sind Sachen, die hätte man sich auch schon vor fünf Jahren anschauen können, zu sagen, okay. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Du bist die ganze Zeit halt immer hinterher gelaufen, ohne halt eben das, was die anderen anfangs richtig machen, halt eben vielleicht mal zu adaptieren oder zu kopieren. Das haben wir jetzt, da sind wir jetzt anscheinend auf dem, was heißt anscheinend, da sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Da ist halt jetzt die Frage, wie schlau sind wir jetzt tatsächlich wirklich? Aber das wird sich dann erst in diesen ein, zwei Jahren zeigen, wenn dann auch so die ersten Spieler vielleicht dann mal für mehr als 500.000 weggehen. Aber wenn wir jetzt bei dem Transfermarkt noch bleiben, hier haben wir ein paar Leute schon angesprochen, es tut sich ja auch sowieso in der Gerüchteküche einiges. Ich denke, wir können das ja schon mal kurz ein bisschen andeuten. Wir haben jetzt in der Winterpause jetzt schon über die neue Torhüterposition gesprochen. Was passiert denn da? Was ist denn da im Geräusche, beziehungsweise eher im Gebisch? Und da war es ja so, dass Trapp sogar gehandelt wurde. Also eine ziemlich abstruse Situation an sich. Aber Hübner hat ja offen eigentlich damit auch so ein bisschen gespielt, auch wenn er gemeint hat, dass es finanziell nur sehr schwer möglich ist. Aber für Trapp generell, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, auch wenn er jetzt kein Eintrachtspieler, an sich ist, ist es ja auch eine schwierige Situation momentan. Das muss man schon sagen. Was müsste man denn in der Ablöse für Trapp aktuell bezahlen? Ja gut, das ist hypothetisch. Das kommt da drauf an, weil ob die Gehalt sparen wollen, vielleicht kriegst du den sogar günstig. Ich würde nicht mal denken, dass das an Ablöse scheitert. Das ist ja die Gehaltsfrage. Genau. Und auch die Ambitionsfrage von ihm, zu sagen, okay, er ist jetzt noch nicht in einem Alter, wo du sagst, okay, er will jetzt zurück in die Bundesliga und wieder spielen, oder so wie Gomez das gemacht hat, zurück in der Stuttgart. Ich glaube leider, ich habe auch viel diskutiert mit Freunden, die da irgendwie sehr, sehr begeistert waren. Ich habe das auch verstanden, weil ich wäre es auch gewesen, aber für mich klang das absolut unrealistisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube trotzdem, dass Trapp noch Vereine findet, die weit, weit über uns stehen. Leider, auch wenn ich es eine sehr, sehr geile Lösung gefunden hätte. Aber habt ihr das mit dem Dänen mitgekriegt, Frederik Röthauf? Genau. Das ist zum Beispiel für mich was, das würde mir gefallen und das klingt auch realistisch. Also das ist was, wo man sich mal weiter informieren kann, sich ein bisschen über den Spiel informieren kann, aber Trapp können wir leider, glaube ich, vergessen. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, was ich so aus dem Umfeld irgendwie gehört habe und von ein paar Quellen, die leider ein bisschen seriös sind, dass tatsächlich Sven Ulrich ein heißes Thema ist und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, das hatten wir aber letztes Mal schon. Also, also ich muss auch sagen, also ich meine, der spielt schon eine sehr gute Saison, oder? also ich fand, ich habe selber über den Abgeläste, als er zu den Bayern gegangen ist, weil ich einfach für mich, ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand in der Blüte seiner Schaffenskraft sozusagen freiwillig sagt, ich will nicht mehr aktiv am Sport teilnehmen, so ungefähr. Das hat er auf jeden Fall fetten Disrespekt von mir gekriegt, aber rein von den Leistungen her, die er jetzt abgeliefert hat bei den Bayern und auch wenn ich ihn so in Interviews gehört habe oder so, fand ich ihn eigentlich jetzt nicht unsympathisch. Also, da wäre jetzt nicht mein absoluter Superfavorit, aber wenn er dann jetzt doch kommen würde, ey, ich glaube, ich könnte mich damit auf jeden Fall arrangieren. Also, wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, Korn, Ulreich. Ja, es ist, also Ulreich, ich habe ja schon auch viel über den Negatives gesprochen, weil ich den auch, also keine Ahnung, ich finde ihn nicht so geil und ich muss auch sagen, auch wenn natürlich er hat eine gute, gute Hinserie gespielt, auch dafür, dass er mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurde, das sind alles, also die, die, die Hinrunde spricht für ihn, aber man muss auch sagen, dass teilweise, äh, dass Angelotti gegangen wurde, hing auch damit zusammen, dass er die ersten Spiele auch nicht sehr konstant gespielt hat und, und auch, das vergisst man gerne, weil man, man guckt sich dann die letzten Spiele an, aber auch in der Champions League ist der teilweise gefallen wie eine Bahnschranke. Trotzdem ist es eine Overperformance von Ulreich, finde ich, und er spielt ganz gut, aber ehrlich gesagt, sollten wir uns wirklich, wenn ich mir für die Eintracht was wünschen würde, würde ich sagen, ja, lass doch Frederik Grönhoff gehen, das ist doch total geil, weil das ist genau das Konzept, was wir mit Radetzky gefahren sind, weil kein Mensch kannte Radetzky großartig, ja, das kann ja jetzt, kann ja natürlich jetzt wieder jeder kommen, ich hab's vorher gehört, ich hab den mal beim Fußballmanager geholt, aber im Endeffekt kannten drei Prozent der Fußballleute Kannten Radetzky und Frederik Grönhoff ist jetzt auch nicht der Megastar, wo jeder sagt, ja, das hab ich schon gesehen, U17 war super, super Nationalmannschaftspieler, ja, das ist genauso, aber der spielt jetzt eine richtig gute Saison bei Brönpi, die sich ja auch wieder, sag ich mal, im nationalen Rahmen mehr als gefangen haben, auch eine richtig gute Saison spielen und ich glaube, das könnte jemand sein, der komplett in das Bobic-Muster passt und für uns zu Vorteil gereicht und der ist auch dann einigermaßen günstig zu haben, lass den mal, der hat jetzt einen Marktwert von zwei Millionen, lass den vier Millionen kosten, aber das ist immer noch eine akzeptable Summe. Denke ich auch und ich finde, du hast jetzt Bobic-Transfer gesagt, ich finde es, er wäre ein Hübner-Transfer, der den dann auch voll labern kann, zu sagen, ey komm hier, bla bla, weil er mit Sicherheit auch andere Angebote hat, ich glaube, der war bei Crystal Palace auch mal im Gespräch, dass es dann irgendwie kurzfristig ist es geplatzt, also du hast, man kann schon sehen, dass er auf jeden Fall auch an die großen Geldtöpfe drankommen könnte, weil bei Crystal Palace kriegst du wahrscheinlich die scheißen Schwarz-Ren nicht trotzdem mit Geld zu, aber das könnte so ein Hübner-Transfer sein, der ihn dann trotzdem überzeugt und das könnte dann auch einer sein, der nicht mit Erwartungen überfrachtet wird und ich finde, Skandinavier haben oft eine coole Mentalität auch so von ihren Typen her, also das sind coole Typen, die sind auch geklärt und für eine Torwartposition wäre das eigentlich ganz gut. Ich kenne ihn auch nicht, kann jetzt auch keine großartige Expertise abgeben, aber vom Gefühl her wäre mir das viel lieber, weil ich Ulreich, wenn ich ihn in Gesamtbetracht über Ulreich mache, sehe ich es wieder Marvin, der performt jetzt mit dieser, er schwimmt quasi in dieser, wie hat Uli Hoeneß das gesagt, die Leute schweben hier nur noch seit EU-Panke-Stars, die schweben, der schwebt da halt so ein bisschen mit, mein Gott, also die Leute sind froh, dass der rauchende Fitnesstrainer nicht mehr da ist und das läuft alles ganz gut. Bei Bayern gerätst du halt dann auch nicht gegen die großen Nöte und er hatte teilweise auch schon merkwürdige Paraden. Ich finde ihn als Typ, als Typ glaube ich, wenn er bei mir auf der Couch hocken würde, mit ihm Pläzis zu zocken, fände ich ihn wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Ich habe auch viel über ihn gelesen und er hatte glaube ich auch so einen Schicksalsschlag als Kind, ist ein nachdenklicher Typ. Finde ich, ist wahrscheinlich auch ein guter Typ, ich finde aber auch, ich würde auch mit Armin Fee saufen gehen, das heißt aber nicht, dass ich so ein Spieler will. Armin Fee mit allen saufen gehen? Nee, 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 was sind das für Behauptungen hier, das stimmt. Nur mit ganz wenigen eigentlich. Einer weniger in der Liste. Nein, aber ich finde, Ulreich ist mir als Torwart ein bisschen zu introvertiert, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen, er ist so ein nachdenklicher Typ und hat auch immer mal so einen Patzer drin. Ist jetzt keiner, der mir irgendwie, ja, die Angst bei Flanken nehmen würde oder so. Ja, es ist, ich will es aber auch gar nicht zu krass, das ist natürlich keine Bratwurst, sagt man, sollte sich nicht so anhören, aber ich bin trotzdem kein großer Fan. Er ist halt ein solider Torwart, wahrscheinlich ist er auch auf Eintracht-Niveau, aber ich finde trotzdem, dass wir so ein bisschen, ja, den anderen Weg gehen sollten, zu sagen, dass wir vielleicht einen finden, wo die Leute denken, dass er auf Eintracht-Niveau ist, so wie Radetzky, aber eigentlich vielleicht sogar ein bisschen drüber ist. Was mich halt immer da noch so ein bisschen dran ärgert, ist, dass wir Radetzky dann halt ohne Ablöse abgeben, weil der Vertrag ausläuft. Ja, fand ich auch von ihm ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil ich finde, ich glaube tatsächlich, dass er entweder nach Leverkusen oder nach England geht, der hätte den Vertrag ruhig verlängern können, also die hätten das auch gezahlt. Ja, den Englern gut ist nicht weh, wenn wir da ein bisschen Geld hinlegen. Eben, diesen Watzlaff-Cutletz-Move hätte er auch für uns mal machen können. Also, zu sagen, okay, ich verlängere jetzt, streib mir aber eine Aussichtsklausel mit 10 Millionen rein. So. Das ist gut, wahrscheinlich will er das Handgeld nicht aufgeben, ist wahrscheinlich auch finanzieller Sicht verständlich, aber es ist trotzdem ein bisschen unglücklich. Man muss aber eins sagen, die Diskussionen, die am Anfang der Saison da waren, die sind nicht mehr da. Also, dieser Unmut, der ihm ein bisschen entgegengeschwappt ist, den hat er quasi nach anfänglichen Unmöglichkeiten, würde ich sagen, so ein bisschen, hat sich wieder beruhigt. Das gefällt mir ganz gut und hat mich, umso mehr hat es mich gewundert, dass jetzt diese Trapp-Nummer aufgemacht wurde, auch von Hübner natürlich mit. Aber gut, ja, das ist Klagen auf Ruhm-Niveau. Ich denke, das wird sich im Sande verlaufen. Wir werden in Ruhe hier einen verpflichten, und das ist gut. Ich will nochmal ganz kurz sagen, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz das Thema Trapp abschließen wollen, dann glaube ich schon, dass es eine ganz kleine Chance gibt. Es gibt schon die Möglichkeit, aber wenn, dann halt nur jetzt, also dann nur ehrlich, gesagt, in der Winterpause, dann halt mit der Diktion, dass du sagst, okay, du holst Trapp, der sich dann mindestens für anderthalb Jahre irgendwo, das hat Sunny auch hier bei Twitter mal geschrieben, für anderthalb Jahre an die Eintracht committed oder so, dass Ablösesumme, wenn wir nicht in einem großen Rahmen bezahlen können, teuer genug ist dann sein Jahresgehalt. Ich glaube, der bekommt mindestens 4, 4,5, 5 Millionen, so in diesem Bereich. Das ist ganz klar, das ist ein Pariser Spieler, der bekommt extrem viel Geld. Und das müssen wir, das würden wir irgendwie stemmen müssen, aber dann gleichzeitig ist es halt so, er würde halt gegen Radetzky stehen und würde wahrscheinlich auch gewinnen gegen Radetzky, weil Radetzky dann halt den Nachteil hat, dass er gesagt hat, er wird weggehen von der Eintracht. Also das ist eine schwierige Situation, du holst dir auf der einen Seite Ergerns Haus, wenn du die Option bekommst, musst du es vielleicht trotzdem machen. Also so 3, 4 Prozent Chance sehe ich da schon, aber wenn es die unaufgeregte Lösung mit Rönnhoff oder so wäre, da kann ich sehr, sehr gut mit leben. Ich glaube ehrlich gesagt, ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube, wenn man sich das mal überlegt, macht das ja für Trapp auch keinen Sinn. Also ich habe das Argument verstanden, dass er noch zur WM mitfahren will und dass er spielen will und zeigen will. Ja, aber das ist ja genau das, diese Kurzfristigkeit braucht die Eintracht da nicht, weil für ein halbes Jahr haben wir ein Tor, das ist ja nicht so, dass wir ihn jetzt, weil Radetzky sich verletzt, wenn Radetzky sich verletzt hätte, würde ich das verstehen. Dann würde man sagen, okay, wir leihen ihn für ein halbes Jahr aus, der kann sich zeigen, kann zu WM und danach ist er wieder in Paris und wir, aber wir brauchen ja jetzt keinen direkt, ein halbes Jahr haben wir ja noch einen guten Torwart. Und das ist für ihn auch, und das ist für ihn halt auch momentan problematisch, denn ich glaube, die ganze Bundesliga oder beziehungsweise das ganze Manager-Korsett hat ein bisschen damit spekuliert, dass genau nämlich das passiert nach der Verletzung von Neuer, die sich jetzt als noch schwerwiegender herausgestellt hat, dass es noch länger dauert, dass es jetzt so ist, dass es jetzt, dass du abwarten musst, wann er überhaupt wieder zurückkommt. Und die haben nicht gedacht, dass Ulreich jetzt die letzten Spiele so gut spielt und jetzt plötzlich eigentlich als Torhüter erst mal bei Bayern gesetzt ist, weil eigentlich gab es ja die Überlegung, du holst dir Leno. Und wäre Leno dann jetzt schon zu den Bayern gewechselt, hätte es eine Vakanz gegeben, die Trapp oder vielleicht sogar Radetzky hätten besetzen können und einer von beiden wäre dann wieder weiter rotiert. Also insofern, das ist halt jetzt alles ad absurdum geführt, es bleibt alles beim Alten, weil die Bayern halt einen zweiten Torhüter haben, der momentan sich ganz gut eingefügt hat und dann passiert halt nichts. Aber ich finde, bei der ganzen Torwartbesprechung finde ich auch wichtig, dass das eine Position ist, die auch schon eine gewisse Strahlkraft für mich immer hat. Ein Torwart ist auch immer irgendwie so eine, selbst wenn er nicht die Binde trägt, immer sowas wie ein Käpt'n. Also jetzt nicht immer, aber gerade bei der Eintracht, so traditionsgemäß, waren die Torhüter auch immer Leader. und ich finde, Trapp und Radetzky, die bringen auch beide auf jeden Fall diese Leader-Qualitäten mit. Trapp vielleicht sogar noch mehr als Radetzky. Aber bei so einem Frederik Rönhoff, da weiß ich das nicht. Also ich kenne jetzt nur das Foto von Transfermarkt und da sieht er jetzt eher noch ein bisschen bubihaft aus und man weiß auch nicht, nicht jeder ist direkt, also der Radetzky, der ist ja, hat auch so eine Frohnatur und ist irgendwie so gefühlt, der Eintakt da und schon hat man das Gefühl gehabt, der ist ewig bei uns im Verein. Das ist, davon kann man auch nicht immer ausgehen. Also das kann auch sein, dass du dann einen sehr introvertierten, schüchternen Jungen im Tor stehen hast oder so. Also das finde ich, ist auch nochmal ein Faktor, den man mit einberechnen sollte. Ich generell finde es auch spannend, immer einen neuen Torhüter, das hat immer die Position, hat immer eine gewisse Spannung, weil die nicht so leicht ausgewechselt werden kann. Wenn du irgendwie, du holst im Sommer, holst du fünf Mittelfeldspieler oder so, zwei schlagen ein, einer nicht, einer mittel oder so. Aber beim Torhüter, da denkst du halt wirklich, okay, genau, das ist dann die Nummer eins, der ist ganz klar als Nummer eins geholt, da erhofft man sich, dass das eine Granate ist und oft ist es ja vielleicht dann auch echt ein guter Griff, es gibt ja echt viele gute Torhüter, jetzt nicht nur bei der Eintracht, wo man sagt, wo haben sie den eigentlich jetzt ausgegriffen? Ich meine, hier der Gulaschi da irgendwie von Leipzig oder so, von dem habe ich auch vorher noch nichts gehört und der spielt auch eine grandiosene Saison. Also ich will damit nur sagen, ich finde, so ein Leader-Dingens, also so ein Attribut, das finde ich ist auch nochmal wichtig, gerade auch für unsere Mannschaft. Ich glaube, wenn Radetzky geht, dann würde auch der Mannschaft wieder mal so eine wichtige Figur fehlen und mit Meier und Russ, das sind zwar auch schon in die Jahre gekommen, weiß man auch nicht, wie lange die noch da sind und da muss man schon gucken, dass da auch was hinterherkommt, was so ein Team auch leiten kann und tragen kann. Sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Es ist nicht nur die Torhüterposition, es ist nicht nur derjenige, der irgendwie die Bälle rausholt oder wegschlägt und mehr oder weniger gut manchmal, sondern es ist definitiv auch jemand, der die Mannschaft auch manchmal zusammenhalten muss und auch vielleicht mal ankacken muss, was du ja auch bei Radetzky schon siehst, also der ist schon laut und wir wissen nicht, ob jeder im gleichen Maße laut ist. Da ist Ulreich zum Beispiel jemand, der auch laut ist, aber oftmals, wenn die Dinge schon in den Brunnen gefallen sind, die Kinder schon in den Brunnen gefallen sind und die Tore kassiert sind, der ist davor ein bisschen ruhiger und da mag ich halt Radetzky, der im Vorhinein schon brüllt und schon sagt, hier das und das muss passieren. Das ist aber auch, und das musst du halt auch dazu sagen, halt auch auf eine sehr angenehme Art und Weise für die Mannschaft tut. Also du kannst ja einfach nur brüllen oder du kannst es halt auch so tun, dass eben auch du den Zusammenhalt gerade in so einem Abwehrverbund halt auch weiterhin erhältst und das macht er ja schon, wie du sagst, A zum richtigen Zeitpunkt, aber halt eben auch in der Art und Weise, wie er das macht, sodass es halt auch weiterhin der Mannschaft dient. Genau, genau. Ich bin da aber noch entspannt. Ich wäre, glaube ich, im vergangenen Jahr ein bisschen nervöser gewesen. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass da auch mit Ben Munger zum Beispiel, also Leute sind, die jetzt lang genug wissen, dass Radetzky geht und da auch schon Dossiers über eventuelle Nachfolge erstellt haben. Und wir haben ja in der Vergangenheit von Eintracht gesehen, dass Transfers auch ganz ruhig abgewickelt werden. Also, weißt du, wir haben bis bei Borteng hat es keiner kommen sehen. Das ist jetzt nicht mehr so, dass du weißt, der Harry bei Bruchhagen geht ins Öfchen dienstags und mittwochs steht es in der Wildzeitung, sondern, nee, das wird in Ruhe geplant und durchgeführt. Und ich bin da, ehrlich gesagt, frohen Mutes, was das betrifft, habe eine andere Hoffnung, ehrlich gesagt, gebe ich dann nicht auf, dass Valerio trotzdem hier noch irgendwann auftaucht. Na, das glaube ich. Wenn man immer wieder in verteidiger Gerüchte liest. Ja, aber der spielt doch bei Real. Also ich meine, der hat wirklich nicht wenige, doch, der hat doch, der hat sogar ein paar Mal von Anfang an gespielt, glaube ich. Der hat es mal gecheckt. Der hat nicht allzu, ja, ich habe, also, der ist zum Beispiel in diesem Klub-WM oder so ein Kram, wollte er die Medaille nicht annehmen, weil er das Gefühl hat, der hat eh nicht gespielt. Also da gibt es schon, er ist da schon auf so einer Liste. Es ist, glaube ich, nicht so, dass sie mit ihm planen. Das Problem bei ihm ist, glaube ich, er wird wahrscheinlich wechseln, aber wahrscheinlich dann trotzdem auch zum ähnlichen Verein wie Trapp wahrscheinlich. Also das sind, Trapp und Valerio sind für mich so zwei, ich will es jetzt mal Tottenham-Spieler nennen. Für ganz oben reicht es vielleicht nicht, aber auch nicht für die Eintracht wahrscheinlich. Aber irgendwie, vielleicht ist er ja aber der Typ, der das braucht. Es gibt ja auch Weltklasse-Spieler, die aber nur funktionieren, wenn irgendwie XY stimmt, diese Nestwärme, oder dass sie irgendwie das Gefühl haben, die Leute kümmern sich um mich, wie Kovac das, glaube ich, gut macht. Und ich glaube trotzdem, weil man immer wieder auch liest, dass bei Abraham, glaube ich, die Verletzung trotzdem komplizierter ist, als man zugibt. Das hat man bei Fabian am Anfang auch so gemacht. Da hat man gesagt, ja, ja, das ist hier ein bisschen rücker, ja, 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 da war die ganze Hinrunde nicht da. Aber ich befürchte, dass bei Abraham die Verletzung trotzdem ein bisschen komplizierter ist, als man kommuniziert, und man sich trotzdem intensiv damit beschäftigt, einen Innenverteidiger zu holen. Dass Valejo natürlich auch unwahrscheinlich ist, ist mir klar. Aber gut, ich probiere jetzt mal diesen Spirit, den ich bei Rebic hatte, irgendwie zu beschwören, dass am 31. Januar Valejo kommt. Ich hoffe, klappt wieder. Also in der Liga hatte Valejo drei Einsätze über 90 Minuten und im Pokal einmal über die vollen 90 Minuten und einmal über die 89. Da hat er in der 89. die rote Karte gesehen. Er hat jetzt am Ende... Okay, das ist nicht so viel. Ich dachte, er hat mehr gespielt. Er hat im Dezember jetzt ein paar Mal gespielt, deswegen wahrscheinlich deine Eindrücke, Etienne. Weil am Anfang war er gar nicht da und jetzt die letzten paar Spiele ist er öfter mal reinrotiert, wo er dann auch komplett 90 Minuten durchgespielt hat. Insofern, ich glaube, dadurch begründet sich das. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Sache ist halt einfach, reicht ihm das? Und für einen jungen Spieler, der 21 Jahre alt ist, der vielleicht natürlich logischerweise jetzt erst mal keine Ambition hat, das kann er erst mal vergessen, leider ist der Zug jetzt abgefahren. Das hätte natürlich mit einer super Hinrunde bei Real schon wieder ganz anders ausgesehen, aber der trotzdem weiter spielen muss. Ich glaube auch nicht, dass da alles hundertprozentig in Stein gemeißelt ist, dass er nicht kommen wird. Ich hoffe aber, dass die Eindrücke sich breit aufstellt und dementsprechend auch noch auf andere Innenverteidiger schielt. Weil das für noch ein... Dass uns noch einer gut zu Gesicht stehen könnte, ist, glaube ich, unbestritten. Das ist so der einzige Punkt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Da müsste man wahrscheinlich noch mal was tun. Weil wenn da ein Russ, der inkonstant ist, der eigentlich nicht mehr die normale Bundesliga-Qualität hat, mit der dann vielleicht auch noch ausfällt, sieht es echt bitter aus. Und ich habe ungern das Gefühl, dass jemand wie Fernandes irgendwie dann in den Innenverteidiger rücken muss. Das muss ja nicht sein. Also wenn es da noch Möglichkeiten gibt, ich glaube finanziell sowieso, dann sollten wir das tun. Wen hättet ihr denn an, wen denkt ihr denn? Gibt es jemanden zwischen der Liga, der euch einfällt? Also ich bin ein großer Fan dieses Gerüchts, dass die Eintracht darüber nachgedacht hat, den Turu Nariga von Hertha BSC zu verpflichten, der 20-Jährige, der aus gebürtem Chemnitz, der ein sehr, sehr junger Spieler, der jetzt in den letzten paar Spielen bei der Hertha seine ersten Schritte gemacht hat innerhalb der Liga. Und das finde ich... Also das wäre natürlich eine brutale Nummer, weil das ein ganz, ganz großes Talent ist. Ich sehe aber nur, ehrlich gesagt, die Begründung nicht, warum die Hertha ihn loslassen sollte, weil die Hertha ist auch ein ordentlicher Verein, der bekommt dort Einsatzzeiten. Da muss die Eintracht schon einen perfiden Plan haben, um ihn loszulocken. Aber das würde ich ganz cool finden. Oder ich würde in der zweiten Liga mal gucken und würde mir überlegen, mal jemanden wie den Eduard Löwen, den von Nürnberg, den ich auch ganz gut finde. Nürnberg ist wieder so ein typischer Ausbildungsverein, die nach und nach Leute produzieren, sage ich mal. Und da ist der Eduard Löwen auf jeden Fall jemand, auch erst 20, der jetzt auch ganz gut zu Gesicht stehen könnte. Also das sind so die zwei. Aber natürlich sind die nicht von dem Niveau wie Valero, auch wenn sie ähnlich alt sind, weil da ist vom Spielaufbau nochmal eine ganz andere Nummer da. Das sind die einzigen beiden. Ich hatte vor der Saison, habe ich mal so ein bisschen geguckt, weil ich ihn so ein bisschen aus den Augen verloren habe, was Fabian Scher eigentlich macht, der vom Basis nach Hoffenheim gewechselt ist. Das war auch immer so ein Spieler, den hätte ich so vielleicht auf einem Niveau mit Abraham gesehen. Habe jetzt aber so ein bisschen die Fährte verloren. Ich glaube nicht, dass er allzu viel Einsatzzeit hat. Ja, aber ansonsten, ja, ich habe mir da so ein bisschen... Was haltet ihr von dem? Boah, Jettwey finde ich immer geil. Also wenn es da die Möglichkeit gibt, klar. Ja, also das kann natürlich jetzt gerade im Hinblick auf die Rückrunde, je nachdem, wenn es noch ein paar Verpflichtungen gibt von anderen Vereinen und dann könnte ja noch einer vom Laster fallen, würde ich mal sagen, der dann sich über zu wenig Einsatzzeit oder potenziell zu wenig Einsatzzeit beschwert, wenn es da was gibt. Hier drei finde ich sowieso klasse. Also ich denke, das ist ein paar Spiele. Boah, hat ein paar ein bisschen. Ja, also ich finde den super. Also wenn es da die Möglichkeit gibt. Wie viele Spieler hat er in der Hinrunde gemacht? Ich glaube auch nicht so oft, ne? Nee, war der verletzt? Nee, der hat gar kein Spiel gemacht. Heilige Scheiße, der hat überhaupt kein Spiel gemacht. Nee, aber ist der überhaupt noch? Jetzt müssen wir, ich stehe hier auf dem Schlauch. Schienbeinverletzung hat er gehabt und bis zum elften Spieltag, aber dann nicht, seitdem auch nicht mehr berücksichtigt. Also hat die Saison, die Saison noch gar nicht gespielt. Okay. Okay, das kommt natürlich darauf an, je nachdem, wie Heiko Herrlich mit ihm plant, ne? Wenn er sagt, wir haben so, du hast so viele Leute vor dir, da kommst du so schnell nicht rein, dann wird dich das einen smarten Move finden, weil die Spiele, die ich auch gesehen habe, die er bei Leverkusen gemacht hat, die haben mir gut gefallen. Und der kann, glaube ich, auch Außenverteidiger, ne? Ja, definitiv. Ich hätte mich ehrlich gesagt als Außenverteidiger, ich habe gedacht, nee, ist Hauptposition Innenverteidigung, aber der hat sowohl links als auch rechts gespielt. Und das ist schon geil. Das ist schon eine sehr, sehr variable Position. Und das heißt, wenn du so jemanden halt auch drin hast und sei es nur für die Rückrunde, dann kannst du, dann kannst du schon ein bisschen lockerer in die Rückrunde gehen. Laie mit Kaufoptionen. Das ist sowieso die beste. Ja, genau. Das ist das Beste, was es gibt, gell? Ja, auf jeden Fall. Was hat Leverkusen für den bezahlt? Sieben Millionen oder so haben die, glaube ich, für den bezahlt. Wenn er so ein bisschen abgesagt ist, kann man ihn vielleicht für fünf kriegen. Ah, gut, aber. Also er hat in der letzten Saison ein Drittel der Einsätze, die er gemacht hat, war als Rechtsverteidiger. Okay. Ja, aber auch hier. Nie verkehrt. Die spielen ja auch oft mit Dreierkette, da brauchst du eigentlich genau diese Doppellösung. Also Leute, die beide spielen können, das ist ja eigentlich perfekt. Genau, und auch hier wieder genau die gleiche Situation, die wir vorhin schon oftmals diskutiert haben. Jedwai, auch ein Spieler, der will mit Kroazien zur Weltmeisterschaft. Aber das macht er nicht, wenn er die ganze Zeit nur bei Leverkusen auf der Bank sitzt. Also das heißt, auch hier haben wir eine Verhandlungsposition, die sich durchaus zu unseren Günsten ausnutzen lässt. Ja, weil ich glaube, Kroazien, die haben natürlich ganz akzeptable Innenverteidiger. Ich meine, der Wiener ist immer noch so jemand, der da ganz gut rumwurschtelt. Aber trotzdem, Jedwai, wenn er die Spielzeit bekommt, ich kann es mir vorstellen. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn er gar nicht spielt. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir auch noch so einen Halbneuzugang mit Salcedo oder Salcedo kriegen. Weil am Anfang hat er ja so ein bisschen Schwierigkeiten, aber er war verletzt, dann kam er nicht rein, dann war er fit, hat aber nicht gespielt und dann wurde er gar nicht genau kommuniziert, warum. Da gab es scheinbar irgendwelche Undiszipliniertheiten, hat sich aber dann scheinbar gefangen, hat jetzt letztens im Interview auch gesagt, dass es ihm sehr gut gefällt, dass er sich irgendwie empfehlen will, dass er gerne weiterverpflichtet werden. Man würde nicht hoffen, dass quasi die Situation, dass er sich empfehlen muss, um wirklich, dass die Eintracht die Kaufoption zieht. Und ich hoffe, dass das ihm noch so ein bisschen Antrieb jetzt gibt, zu sagen, okay, ich will mich jetzt als unumstrittener Stammspieler hier etablieren. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Verletzung von Abraham vielleicht doch nicht so schlimm ist und dass man quasi mit Salcedo und Abraham einfach eine feste Innenverteidigung hat. Und wenn was passiert, ist Valet da. Mit dem kann ich leben. Mit Russ kann ich ehrlich gesagt nicht mehr leben. Auch wenn ich zugeben muss, dass er die Spiele, die er gemacht hat, die waren gut. Aber ich befürchte, dass man bei Russ die Uhr nachstellen kann. Also da ist, meiner Meinung nach reicht das nicht mehr. Also da würde ich mich auch ungern drauf verlassen wollen. Klar, ein Spiel geht immer, wenn irgendwie zwei verletzt sind oder einer ist nochmal gelb gesperrt. Dann kannst du ihn immer. Aber er ist keiner, wo ich gerne, wenn Abraham jetzt wirklich verletzt ist, das ist der dritte Innenverteidiger. Oder wahrscheinlich sogar, man teilweise vorfallet, was ich jetzt gelesen habe. Das würde mir arge Bauchschmerzen bereiten, weil das ist dann genau dieser kleine Mosaikstein, den der Etienne voll aus uns rauskitzeln wollte, von wegen, ja, wim würdet ihr denn rausnehmen? Weil den würde ich sofort dann wieder rausnehmen, wenn er in der ersten Elf ist. Das ist nichts Persönliches, aber es ist so, spricht dafür, dass das, dass das, das ist wie wo von der, das ist. aber ich finde, Russ fällt in dem, also von unserer Stammelf und zur Stammelf zähle ich jetzt nicht nur die ersten Elf, sondern das sind für mich sogar 14 Spieler mittlerweile. So dieses Stammelf, da zähle ich ihn nicht dazu, ehrlich gesagt. Deswegen, aber die Eintracht hat es ja gesagt, die Eintracht hat ja wortwörtlich gesagt, dass man nicht unbedingt einen holen will, aber man vielleicht jetzt schon was realisiert, was wir im Sommer eh machen wollten und das ist ja wieder nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil das ja auch ein Spieler wäre, mit denen, die sich dann scheinbar schon länger beschäftigen. Gut, wenn das jetzt war es, wenn das jetzt war es, werde ich dem Mädchen ein Trikot schicken. Auf jeden Fall. Das ist auch geil. Das haben wir jetzt hier schwarz auf weiß. Ja. Kannst du da mitbringen in die Sendung. Ich hatte echt nicht drüber nachgedacht, aber ich finde die Lösung mega gut. Je länger ich drüber nachdenke, lass uns schnell über was anderes sprechen. Wäre das eine gute, ja. Ja, auf jeden Fall. Super geil. Also finde ich eine richtig gute Nummer. Ich hoffe, Bobic hat zu. Wir können sie mir nochmal schicken. Ja, genau. Per E-Mail. Machen wir einen Auszug. Legen wir mal auf Fax. Und ich meine, wenn wir jetzt hier schon die lustigen Gerüchte und Raterunde haben, dann geht es nochmal ganz kurz weiter, denn die Eintracht ist ja bekannt dafür, auch auf dem asiatischen Markt immer mal die Fühle auszustrecken und da gibt es einen Spieler, der aber in Portugal spielt, das ist der Shoya Nakajima. Und das klingt jetzt so, als könnte er ein japanischer Pro-Wrestler sein, ist aber de facto ein Fußballspieler und zwar ein Offensiver, auch mit 1,46 m relativ klein gewachsen, ist aber jemand, der dort bei Portimonense, klingt auch merkwürdig, das ist auch nicht so oft gesehen in dem Verein, aber ziemlich gut performt, diese Saison sieben Tore schon gemacht, zwei Vorlagen in 13 Spielen, ist aber ja dummerweise auch so, dass Wolfsburg da ja schon aktuell dran ist. Ich finde es eine sehr, sehr attraktive, ich habe jetzt schon YouTube-Scouting betrieben, wie man das so macht halt, also als Profi-Scout, habe ich mir das schon angeguckt, das ist schon ein sehr, sehr geiler Wunder. Wie der Braco, oder was sagst du? Wie der Braco, aber was ich gelesen habe, bis zum 31. hat er eine Ausstiegsklausel von 10 Millionen und ab dem 31. kostet er 20 Millionen. Ja, er muss die 31 strecken. Aber ist er nicht auch wieder gleiche Position wie auch der Kamada? Ja, es wäre fast die gleiche Position, ja. Ich meine, der Kamada, jetzt sind wir unabhängig davon, dass es beide Japaner sind, ist ja eigentlich scheißegal, ne. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, ein Kroate wäre, würden wir auch nicht den Vergleich mit Kamada unbedingt machen, aber in dem Fall muss ich den Vergleich heranziehen, weil die ja dann vermutlich ähnliche Defizite haben, was das Körperliche angeht oder so, weiß ich nicht. Ich finde halt, weil Kamada hat mir eigentlich echt gut gefallen am Anfang, so rein von der technischen Versiertheit und vom Passen und so. Und da hast du halt gemerkt, der hat genau wie Inuiti vor ihm auch, der hat halt dieses Problem, sobald's in den Zweikampf geht, da kommt halt irgendein anderer Bundesligaspieler und schiebt ihn einfach so mehr oder weniger vom Ball weg. Und da habe ich das Gefühl, da fehlt so ein bisschen was. Ich meine, es gibt genug Beweise für Japaner, wo es geklappt hat in der Bundesliga. Aber jetzt nochmal, also ich weiß nicht, wir sollten eher alles dransetzen, den Kamada mal irgendwie, den mal mit Basti irgendwie mal über, wie war's er zu schicken? durchs Bahnhofsviertel schleifen oder so, weißt du, so ein bisschen mal abhärten den Jungen, dass der weiß, dass er in Frankfurt angekommen ist. Ja, aber der hatte ja dann auch drei Wochen Trainingsausfall, wenn er mit Basti unterwegs war. Nee, nee, ich passe auf den Aufrennen. Ich weiß gar nicht, was du für die falsche Informationen hast. Du verlierst ja ständig deinen Schlüssel, den verlierst du doch auch, der ist doch auch nicht viel größer. Ja, und dann schlafe ich halt bei dem. Der wird ja wohl ein schönes Hotelzimmer haben. Grüße, Daichi, wir machen das. Ich hatte aber auch gerade eben dann so, als ich die Gerüchte-Lage da gesehen habe, hatte ich auch so einen Inui-Moment, wo ich dann erstmal gucken muss und dann auch gedacht habe, so, boah, haben wir schon einen Basti nicht? Ja, aber haben wir schon einen nicht? Naja, Leute, aber das ist trotzdem ein anderer Spieler. Wer weiß, vielleicht ist der schon einen Schritt weiter. Ja, also ich finde, bei Kamada finde ich gut, was Kovac gesagt hat, weil ich trotzdem unterstellen würde, und das ist ja auch böse gemeint, ehrlich gesagt, sorry. Armin Fee würde einen sofort fallen lassen. Der würde sagen, nee, der packt's nicht, lass mich in Ruhe. Kovac ist, glaube ich, einer, der sagt hier, Leute, das dauert. Und ich glaube, Kovac rechnet auch mit dem erst nächsten Sommer, weil er sagt, ey, selbst Fabian hat hier ein Jahr gebraucht. Der wird wahrscheinlich noch länger brauchen. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder hier und denken, boah, was ist eine Rakete, der ist ja wie Kaka war. Aber, ja, vielleicht hat der andere Kollege hier auch ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Spielerfahrung, vielleicht auch diese Härte sich geholt, weil er ja auch einen dementsprechenden höheren Marktwert auch schon hat. Also von daher kann ich mir vorstellen, aber das ist auch sowas, das hat mich gewundert, das Gerücht, aber ist ja gut, dass die Eintracht, das ist gut, dass du bei den Gerüchten auch nicht einfach nur auf Transfermarkt.de gehen musst, hier Kuzulakis Berater und dann kannst du die Spiele durchgucken, weiß nicht, okay, einer von denen kommt, sondern die Eintracht redet endlich ja mal mit mehreren Spieleragenturen, wo nicht Klaus Gerster irgendwie Anteile hat. Grüße an den schwarzen Abt. Gut, dann lass uns noch mal weitermachen im Themen-Setting und ich habe jetzt hier noch ein Thema, da wird es jetzt für Basti schwierig, sich zurückzuhalten, das ist jetzt für die Situation vielleicht so ein bisschen blöd, diese Geschichte mit Fischer und der AfD. Ui. Ui. Ja, schwere, schwere Kost. Ich weiß nicht, aufdröseln müssen wir es wahrscheinlich nicht nochmal, das dürfte jeder in sämtlichen Pressedingern hoch und runter gelesen haben. Ich bin mir persönlich noch nicht, also ich verstehe, warum er das getan hat und ich stehe da auch voll und ganz hinter seiner Meinung, aber ich weiß nicht, ob das taktisch jetzt an der Stelle so klug war. Habt ihr das gelesen mit dem Antrag, den die jetzt gestellt haben? Ja, habe ich gelesen. Genau, die haben ja Antrag quasi in dem Moment, wo das Interview veröffentlicht worden ist, haben sie ja quasi den Antrag schon gemacht und das ist ja so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt meine. Ich weiß nicht, wie sich, wie schlau das jetzt war oder ob wir damit jetzt nicht irgendwie eine Flanke irgendwie aufgemacht haben, die wir am Ende nicht zukriegen. Also das sehe ich erst mal ganz anders. Ich auch ehrlich gesagt, wenn jeder so denken würde, hätten wir die Diskussion nicht. Ich finde ehrlich gesagt, dass es endlich mal, endlich mal jemand in der Bundesliga gemacht hat. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat. Ja, nein, ich finde, natürlich hast du recht, René, das wird ein paar unangenehme Kollateralkonsequenzen haben, die jetzt zu erwarten sind, weil es mit Sicherheit auch in der Frankfurter Fanszene Leute gibt, die mit Sicherheit auch AfD gewählt haben, die sich jetzt beschweren werden und die AfD wird natürlich das Stöckchen gerne in den Mund nehmen. Die werden natürlich sich ja auch, Gott, ja, das kann man nicht machen, das ist und die Fresse, Alter. Nein, ich finde es gut. Ich finde es gut, dass er... Nun, Alter, guck auf den Boden. Genau so. Es ist so. Also, im Endeffekt ist es, für mich ist es kein diskutables Thema und ich finde, was ich gut finde, dass Stolping auch nochmal nachgelegt hat und gesagt hat, nee, Leute, ihr braucht hier gar nicht denken, dass wir uns hier irgendwie auseinander dividieren lassen und jetzt der Peter Fischer jetzt quasi als Alkoholiker dargestellt wird und der soll die Fresse halten, sondern der Verein Eintracht und ich finde, ja, ich glaube, dass ich auch für euch alle sprechen kann, dass wir zumindest als Eintracht-Podcast ähnliche Dinge vertreten. Also, das ist, genau, das ist ja ganz klar, ich denke, wer unsere Folgen verfolgt, der weiß auch, wie der Hase hier läuft und die Sache ist ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Eintracht-Funktionär das sagt, vor genau einem Jahr oder vor roundabout einem Jahr, war Hellmann derjenige, der sich genau auch hingestellt hat und gesagt hat, dass er im Zuge der anstehenden Bundestagswahl, ich glaube, also, die kam schon, die war schon im Hinblick auf 2017, wusste man schon, was läuft, dass er gesagt hat, das ist nicht vereinbar und das, also, Hellmann hatte das ja ursprünglich schon gesagt, Fischer ist halt derjenige, der das halt nochmal anders jetzt in der letzten Zeit verbalisiert hat, aufgrund der Tatsache, dass sich halt Dinge politisch einfach hochgespielt haben, dass die AfD natürlich jetzt den Ball aufnimmt und versucht damit zu rennen, ist ganz klar, da dürfen wir uns aber dementsprechend gar nicht einschüchtern lassen mit dem ganzen Geplapper, was dann kommt, hier ist ein Verein, gemeinnützig, darf das gar nicht, das ist das Typischste, das Lustigste daran ist einfach im Endeffekt, wenn du siehst, das Geheule, was da dann wieder losgeht, das sind die Leute, die angeblich irgendein Land beschützen wollen, die eigentlich nur zu Hause mit dem Ball spielen und rumheulen, dann denke ich, Leute, genau, ihr wollt irgendjemanden beschützen mit so einer kleinlichen Mimimie-Scheiße, kommt mal klar, also das ist eigentlich eine Selbstentblößung, par excellence, dass Fischer das natürlich in einer gewissen Drastik gezeigt hat, darüber kann man diskutieren, auch, dass er natürlich wahrscheinlich viele oder einige Fans damit irgendwie in die Ecke gestellt hat, natürlich irgendwo, aber vielleicht auch zum Anregen gebracht hat, denn man darf nicht, man darf nicht vergessen, dass viele in dieser Filterblase leben und denken, AfD ist gar nicht so schlimm und so weiter und so fort, aber komplett ignorieren, ich will jetzt nicht komplett den politischen Diskurs abgleiten, aber komplett ignorieren, welche rechtsextremen Kader da seit vielen Jahren eigentlich installiert werden und das im Endeffekt absolut eine rechte Partei ist, darüber brauchen wir nicht sprechen und dass das nicht mit den Grundsätzen der Frankfurter Eintracht, die gegen Rassismus, die gegen Homophobie, die gegen Antisemitismus sich zur Wehr setzt, dass das nicht in Einklang zu bringen ist, das kann sich normalerweise erschließen aus dem logischen Gedankengang mit der Historie der Frankfurter Eintracht, dass es dann immer noch Leute gibt, die das gerne ignorieren, weil sie der Eintracht ganz gerne andere Attribute geben und natürlich aufgrund der damaligen Fanszene, die wir früher bei den Ultras, bei einigen Hooligans auch hatten, wo das schon teilweise ein bisschen rechtslastiger war, das ist ganz klar, aber das ist nicht die Realität, in der wir leben und das ist nicht die Welt, die wir uns wünschen und deswegen finde ich die Positionierung von Fischer klar, dass er eine Abreibung bekommt in zwei, drei Wochen bei der Mitgliederversammlung, davon gehe ich aus, ich bin ziemlich sicher, dass es keine 90% wird, dass es sich vielleicht auf 70, 75% irgendwie runterdampft, deswegen gehe ich auch auf jeden Fall hin und wähle für Fischer, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich kein Wahlgeheimnis draus machen, ich denke, jetzt brauche ich klare Statements, übrigens total geil, dass die AfD-Hansel mega bescheuert sind und denken, jetzt müssen wir alle eintreten und gegen Fischer werden, ja, ihr Lappen, aber ihr habt erst noch, ihr habt noch gar kein Stimmrecht, ihr Lumpen, ihr habt erst nämlich nach einem halben Jahr, buh, 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 vielen Dank für eure Gebühren, also, ja. Sagt es doch nicht, Marvin. Ja, aber das bin ich ja jetzt so geil, weil die überhaupt sich keine Gedanken machen, aber die werfen dann mit grundrechtlichen Sachen dann, was ich dann bei Twitter gesehen habe, da haben wir ja mega was mitbekommen, oh ja, hier, Grundrecht ist doch nicht einschränkbar und so weiter, ja und, was macht ihr denn, wollen wir jetzt hier über Grundrechte sprechen, ne, also da will ich jetzt gar nicht anfangen, aber du merkst, da wird sich alles so ganz gerne ausgelegt, wie man es gerne hätte, Fischer wird das überstehen, Fischer gibt es schon länger als die AfD und Fischer wird es auch länger geben als die AfD, insofern bin ich da ganz optimistisch, wenn wir zusammenhalten. Sorry für den Exkurs. Ja, ich finde auch, dass der Verein Eintracht Frankfurt, es gibt jetzt hier Bohrhaus und wir hatten schon in den 90ern United Colors auf Bambletown, also, ich verstehe die Verwunderung auch ehrlich gesagt gar nicht, also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, uh, das ist jetzt aber ein scharfes Statement von einem Verein, wo man sich nicht sicher war, sondern, hallo, wir sind hier aus Frankfurt, das ist für mich gefühlt immer noch, trotzdem, wir halten hier immer schon immer die Fahne hoch, hier gibt es natürlich auch Probleme und so, aber trotzdem haben wir das Gefühl, dass wir viele Probleme, die es an anderen Orten gibt, die gibt es hier nicht, für uns ist es alles schon, also wir sind, wir sind hier ein Stück weiter, das kann ich mir so offen sagen, wir sind hier unter uns, nein, aber so, da gibt es auch nichts zu diskutieren und, ja, das, was jetzt passiert, ist im Endeffekt der übliche Mechanismus und das wird sich auch wieder im Sandefall laufen, glaube ich und, aber wir müssen zusammenhalten, das ist auch, oh, eben, man darf sich jetzt, genau, und ich hoffe, dass das nämlich jetzt nicht passiert, ich hoffe nicht, es darf keine Zerklüftung geben, weißt du, dass man sich jetzt auseinander dividieren lässt von Leuten, die, genau, dass man jetzt sagt, das fickt euch, ihr werdet das, was ihr in anderen Teilen der Gesellschaft probiert, werdet ihr gerade bei uns nicht schaffen, im Gegenteil, sondern, wir sind Frankfurt, wir haben eine internationale Mannschaft, der Prinz will jetzt auch irgendwie das auch mal ein bisschen konkretisieren und nicht immer nur Aussagen treffen, sondern irgendwie, keine Ahnung, ein Projekt starten, so wie ich das verstanden habe, ja, und ich denke, damit ist alles gesagt, ganz ehrlich, und, ja, wenn jetzt die Leute von der AfD zuhören, die müssen hier auch nicht zuhören, da hätte ich auch nichts gekriegt, wenn ich gesagt habe, ja, naja, ne, ich denke, die Sache ist dementsprechend klar, wie gesagt, Wortwahl können wir immer drüber sprechen, aber der Sinngehalt, der sich da entladen hat, der ist, glaube ich, unstreitig und wir dürfen auch nicht, überhaupt, wir dürfen gar nicht drüber nachdenken, hier irgendwelche Nuancen zu finden, ja, nicht zu viel und so weiter und so fort, weil genau diese Räume werden genutzt, genau diese Einfallstore, wo man sagt, ja, da muss man auch die Rechte geben und so weiter und so fort und plötzlich werden die Rechten immer stärker und wir gucken uns alle blöd um, guck dir bitte mal an, es gibt einen mega geilen Text, den würde ich jetzt, den setzen wir nachher vielleicht auch noch mal in die Shownotes, den hat Gesellmann geschrieben, das ist ein sehr, sehr guter Mensch, der bei verschiedenen, der unter anderem auch schon bei Krautreportern und so weiter geschrieben hat, der schreibt, der kommt ursprünglich aus Dresden und der schreibt auf, wie sich seine Stadt in den letzten Jahren noch mehr entwickelt hat nach rechts, noch mehr, dass eine Form gefunden hat, übrigens auch durch die AfD, wo vieles selbstverständlicher geworden ist, deswegen ist es ja zum Beispiel auf der anderen Seite auch wichtig, dass wir heute Boateng gewisse Problematiken wie mit H&M einfach mal anspricht, dass es vielleicht nicht böse gemeint ist, das kann gut sein, aber das Problem ist, dass die Dinge tiefer liegen und deswegen müssen wir sie ansprechen und deswegen ist es wichtig, dass auch mal klarer Kant benannt wird und dagegen müssen wir uns wehren und das ist ganz klar und würde ich sagen, können wir Fischer im Grundtenor einfach nur zustimmen aus die Maus und weiter geht's. Wie kommen wir jetzt von Peter Fischer und der AfD zu irgendwas Lustigem? Naja, die AfD ist per se, also wenn ich die Beatrix-Forschau mir angucke, dann ist die ganz schön lustig. Also ich kann so Person auch ehrlich gesagt nicht mehr ernst nehmen, also tut mir leid, andere schon, bei ihr fällt's mir schwer. Also insofern und außerdem gibt's noch diesen Typ, der heißt Bernd Höcke, also insofern ist das auch ganz lustig. Ich wollte jetzt eigentlich dazu hinleiten, dass man ja einen Jingle spielen könnte, um eine geliebte Kategorie aufzugreifen. Ja, Stummschmärzer der Woche ist doch auch super. Genau, dann ist doch gefundenes Fressen. Wollte ich gerade sagen, die Überleitung lag eigentlich auf der Straße. Ja, dann auf geht's. Grüße. Ja, wir sind in unserer allseits beliebten Kategorie des Dummschwätzer der Woche oder auch der Goldene Kalle genannt. Und es gab da ja, erstmal müssen wir hinweisen auf die Jahresendgala 2017, wo mal so alles an Dummschwitzern und nicht ganz richtigen Menschen irgendwie zusammengetragen wurde von Marvin, Basti und Axel. Eine grandiose Sendung. Drei Stunden lang kann man sich bis in die Unendlichkeiten... Drei Stunden lang ist auch echt brutal. Ich habe sie mit großer Freude gehört. Wer sie noch nicht gehört hat, sollte da auf jeden Fall mal noch reinhören. Ja, und René, was du nicht vergessen darfst, wir haben auch noch den Soulheim Cup nach Frankfurt. Das Stück fand ich so grandios, das musste ich zwischendrin einfach nochmal rausziehen und auf diese auf Twitter werfen. Ja, mei, das ist hier, René, bevor du was sagst, das ist quasi der Reine Cup der Damen. Ja, Wahnsinn, Franz, ich kann mich kaum an mir halten. Ja, dieser, das ist echt der bitterste Freude. Das ist so geil, der zählt einfach tausende Sachen auf der Franz Beckenbauer, warum man Dietmar überhaupt so toll finden muss. Der hat das gemacht, der hat das gemacht und das gemacht und dann gesagt, aber wartet, wer das noch nicht überzeugt hat, Leute, jetzt hat er auch noch den Soulheim Cup hier geholt. Du liebe Zeit, hier Franz, jetzt wo du sagst, Dietmar absolut super Typ hier. Also, naja, Grüße. Grüße, genau, bevor wir zu den dieswöchig nominierten Personen kommen, müssen wir noch auflösen, wer in unserer letzten regulären Folge denn das Rennen gemacht hat. Wir hatten dort folgende Nominierte, nämlich einmal den Chefredakteur Rainer Hahn, wir hatten diese Sammelnominierung von Breitner Matthäus Hoeneß und wir hatten Markus Lindemann und gewonnen hat Markus Lindemann, der ja sich dazu berufen gefühlt hat, zu erklären, warum Leipzig-Fans zu früh das Stadion verlassen, was ja nur was mit dem Verkehrsaufkommen zu tun hat. Das ist echt gut, ja. Toller Typ. Toller Typ. Genau, wir machen weiter mit mindestens genauso tollen Typen auf der Nominierten Liste für diese Woche und zwar haben wir einmal folgende Hörernominierungen eingereicht über Twitter von Alis Weidel für ihren wunderbaren Tweet zu Fischers Aussagen, da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, will ich aber nichts mehr zu sagen, also ich glaube, solche Leute müssen wir nicht weiter befeuern. Aber ist auf der Nominierten Liste für diese Woche, dann haben wir eine weitere Hörernominierung von Estitl, der Oliver Minzlaff nominiert, der sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs ausspricht. Das muss endlich mal ein Ende haben. Das kommt aber aus berührendem Munde. Genau, der in einem Interview, ich glaube, es war gegenüber der Bild gesagt hat, das machen die Extras, tut mir leid, ich muss das hier nochmal sagen. Das hat eine Methode einfach, ich lasse mich da jetzt nicht mehr provozieren vom Herrn Minzlaff. Grüße. Fußball muss authentisch und greifbar bleiben. Ganz ehrlich, ich beiß mein Mikro hier ab. Nee, Leute, ich weigere mich mittlerweile, weil ich kriege schon wieder her, das ist hier. Nein, Leute, jetzt mal im Ernst. Glaubt ihr wirklich, also ich hatte die Diskussion bei 390 mit Axel auch kurz, glaubt ihr wirklich, dass der das ernst meint oder ist das auch so ein bisschen, fast schon AfD-Style, das ist so ein bisschen Getrolleheim, Donald Trump-mäßig. Also ich glaube, er nimmt die Rolle halt dankbar an, dass er die Leute zum einen damit trollen kann, aber ich glaube auch die andere, wenn du jetzt schon die AfD nochmal ansprichst, ist es auch die andere Seite der Medaille, dass er glaube ich in einem Selbstbestätigungszirkel agiert, wo Dinge anders gesehen werden, als sie von der Außenwelt gesehen werden. Also ich glaube schon, dass er für sich denkt, dass das Red Bull-Konstrukt ein durchaus super funktionierendes ist, mit guten Strukturen, weil es gibt ja auch durchaus Plus-Argumente und so weiter und so fort und dass er dann aber dieses Argument dann irgendwie anführt oder diese These darf nicht weiter kommuniziatisiert werden, weil er dann irgendwie die Gefahren von außen oder so sieht. Also wie bei, was weiß ich, bei PSG. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wenn du so dieses Größenverhältnis dir anguckst, dann ist er natürlich auch, ich meine klar, da ist auch einiges an Geld in Spieler investiert worden, aber da bist du halt immer noch nicht auf dem Level, wo du irgendwie diese 222 Millionen für den einzelnen Spieler irgendwie aufbeschlägt. Sorry, kurze Nachfrage. Welche Fankultur will er denn erhalten? Den Typ mit den Hörnern oder was? Also, sorry, das, nee, gut, aber ich mach's jetzt wieder, Marvin, übrigens, ich will da gar nicht drüber sprechen. Genau, dann haben wir noch eine weitere Hörernominierung von unserem Hörer Mickey Rust auf Twitter und ich glaube, bei der Nominierung gehen Basti und Marvin auch mit, nämlich Julian Nagelsmann, der sich über Silvesterböller fürchterlich aufgeregt hat. das ist auch mein neuer Freund, also es ist, wenn der Uli Hoeneß und der Rummenigge mal nicht mehr sind, da ist der Nachwuchs ist da, also es ist ein, der trifft sehr merkwürdige Aussagen immer, also der, der denkt, dass ich nenn's immer, für mich ist es so, den Begriff, den ich da immer kultiven möchte, das ist so, der trifft immer so Werra-Mittag-Aussagen, wo dann Leute aus dem Publikum immer wussten, da applaudiert gleich jemand. Endlich sagt mal einer. Genau, so dieses, ja und wie er dann ausgerastet, hat er irgendwie ein schlechtes Silvester gehabt, so aus dem Nichts, hier, schatzlösser, ich bin doch, blablabla. Klar, Silvester ist ein diskutables Thema, man kann mir ein Geld an Silvesterböller ausgeben, aber gleichzeitig, eine Woche später, erzählt er mir, dass er gerne Skilehrer wird, da würde ich gerne die Umweltbilanz von so einer Skipiste wissen, die ist wahrscheinlich auch nicht so hoch, aber gut, bei ihm habe ich das Gefühl, dass er denkt, dass er gerne seine unbequemen Wahrheiten ausspricht und da muss ich ihn leider enttäuschen, der erzählt irgendwas, was eigentlich niemanden interessiert, der von wegen, die Namer, die Namer, die Namer ablöse, ich hoffe, die wird gespendet. Ja, mein Freund, das ist eine tolle Idee und dann auch diese Aussage, dass, und dann, was mich bestätigt in meiner Annahme ist, die Aussage, die dann, die dafür, für die der Marvin jetzt gleich vorlesen wird, das bestätigt meine Annahme, dass er tatsächlich denkt, dass seine Meinung in eine ganz unbequeme hier, die ist auch ganz wichtig. Ich habe keine Lust, Lust drauf zu sein, wie es andere gerne hätten, sondern ich will sein, wie ich gerne sein möchte. Da stehe ich der harte Hund und dann denke ich mir, wow, Profilschärfung Deluxe jetzt hier, ja, das ist schon... Ja, aber mit was für Aussagen, was trifft er denn für Aussagen? Er trifft für Aussagen, von wegen, also, ich weiß auch nicht genau, also... Na gut, er ist halt auch erst, ne, er ist halt auch erst 30, darf man nicht nachher lassen. Es gibt auch 16 Jahre, die lustig und originell sind, also das ist keine Frage des Alters. Ja, mehr wahrscheinlich. Aber die Aussagen, die er trifft, es gibt ja, ich meine, man kann ja sagen, es gibt ja Trainer, mit denen Aussagen ich nicht übereinstimme, denen ich aber zusprechen würde, dass sie klare Kante zeigen, zumindest in ihrer Meinungsrichtung. Aber was der davon sich gibt, ist tatsächlich, hier Arabella-Kiesbauer-Zeug. Äh, Silvester, Silvester ist nicht voll doof, weil wenn Silvester nämlich einen Bälle nimmt, das ist nämlich voll ungesund. Ja, ach nee, ehrlich, sagts mal, das hätt ich jetzt nicht gedacht, das ist Silvesterknaller. Und wie, da ist ja richtig förmlich ausgerastet, wo ich mir denke, Digga, heute gibt es Themen, wenn du dich profilschärfend äußern willst, da gibt es ganz, ganz viele Sachen zur Zeit. Aber es stimmt ja auch gar nicht, muss man ja auch mal sagen, ne, wer baut denn die Silvesterkracher? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ne, kleine chinesische Kinder, die, wenn sie die nicht zusammenbauen, die Silvesterkracher, was machen die denn dann? Haben die gar nicht. Ja, und die können ihre, können ihre Familie nicht mehr supporten. Also ich baller für die Freiheit von chinesischen Kindern. Ganz ehrlich. Hier, Freiheitskämpfer, moderner Freiheitskämpfer. Moderner Freiheitskampf ist es. Da sagt der Herr Nagelsmann nichts zu ihr. Und der Polenböller, ne, wie setzt der sich zusammen? Exakt die gleiche Geschichte in Polen. Ja. Die Sache ist, aber jetzt mal, ganz ehrlich, Tien, was sagst du denn zu Nagelsmann so generell? Was ist das so, wie findest du den? Ich hab da gar keine Meinung zu. Der ist mir so egal. Das ist so für mich so ein, das ist so ein Thema, das irgendwie für mich und die Eintracht irgendwie überhaupt keine Rolle spielt. Das ist irgendwie, ähm, das einzige Feature, was der hat, ist, dass der Film 30 ist oder so. Das ist das einzige Feature. Und, ähm, klar, was der jetzt wieder aus Hoffenheim gemacht hat, ist es sicherlich gut. Er hat aber auch einfach echt einen guten Kader. Ähm, und davon abgesehen, ey, es ist irgendwie so ganz komisch. Mich interessiert Hoffenheim und alles, was da passiert, so überhaupt nicht. Also höchstens aus Communio-Sicht, dass ich mal denke, ja, okay, den Uth hättest du mal vielleicht nicht verkauft, so, ja. Aber, aber ansonsten ist mir das, ähm, die sind mir noch egaler als Leipzig. Ich weiß nicht, warum. Das ist einfach, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab gar keine große Meinung dazu. Der kann von mir aus zum Bayern gehen, der kann ins Ausland gehen. Das ist mir, der interessiert mich null, der Typ. Wirklich, einer der wenigen Leute, zu denen ich keine Meinung hab in der Bundesliga. Ja gut, aber er ist halt auch blass. Ich würde ja nicht gerne hören hier. Aber er ist halt auch blass. Beschwerde Briefe, ich seh's schon, komm. Ja, der ist halt irgendwie auch, ja, keine Ahnung, ich erkenne da nicht so eine richtige Persönlichkeit, die ich interessant finde, sondern einfach nur so ein Nerd, der halt irgendwie Ahnung von Fußball hat. Aber mir fehlt da so ein bisschen der Fußballlehrer irgendwie, mit dem ich groß geworden bin. Also ich will jetzt nicht klingen wie so ein Heribert Bruchhagen, aber so, so, ich weiß nicht, irgendwie, ja, noch so ein bisschen Schmutz. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen was Dreckiges. Selbst ein Kovac, der ja auch zu eher jüngeren Generationen zählt, ne, der hat noch, der hat noch selber Gras gefressen, so bei, bei seinen Stationen, so. Und, weißt du, das ist mir alles zu clean in Hoffenheim. Das ist alles so klinisch und, und so, weiß ich nicht. Ich bin ein Frankfurter, bei mir muss es dreckig und, und, und tight sein. Und das ist ja genau der Kritikpunkt, den ich habe. Er kann ja so sein, wie er will, aber ich finde merkwürdig, dass er tatsächlich denkt, dass er genau das, was der hier gesagt hat, der denkt, glaube ich, der wäre das. Der denkt, der wäre ein unbequemer Typ. Nee, ich würde sagen, anscheinend, ist er einfach ein Trottel. Anscheinend will er ja gar nicht, will er ja gar nicht so sein, wie er ist, weil das, was man ihm ja eigentlich anheften würde, wäre ja so dieses, dieses ganz cleane, neutrale, irgendwie nicht zu fassende Dinge. Der versucht da ja anscheinend immer wieder irgendwie auszubrechen und eben schon eher so in diese Richtung harter Hund irgendwie zu gehen, aber halt auch mit so vollkommen sinnfreien Aussagen. Das ist dann ja eher so ein Komplex, den er hat, den er versucht irgendwie durch Unsouveränität abzuschütteln. Das nimmt ihm keiner ab. Das ist einfach menschliches Sakrotan irgendwie. Und ich finde den einfach lame. Aber das Lustige ist, als die Geschichte hier mit Prinz war, als bekannt gegeben wurde, dass Kevin Prinz Boateng zu uns wechselt, er haben so viele Leute per Twitter oder aber auch so im privaten Bereich haben mich drauf angelabert und so und haben immer versucht, mich zu dissen und mich irgendwie irgendwie so, jetzt seid ihr aber richtiger Assi-Verein und da habt ihr euch aber schön. Und ich habe immer gedacht, so sag mal, ihr wisst wirklich nichts über Frankfurter und Eintracht und so weiter. Ihr wisst überhaupt nicht, ihr rafft es gar nicht, dass das 0,0, fühle ich mich davon angegriffen oder beleidigt oder sonst irgendwas. Ich finde, der passt wie die Faust aufs Auge zu uns. und das ist mir so scheißegal, ob der Ballack die Beine gebrochen hat irgendwann mal. Ich finde, das ist ein geiler Typ und der passt zu Frankfurt und die Leute, die dann irgendwie sagen, boah, ihr seid voll der Assi-Verein oder so, ihr seid voll Assi-Fan. Ja, sind wir, danke schön. Und ich denke mir dann jedes Mal so, ja, ey, who cares, Alter, verpiss dich. Das interessiert mich wirklich überhaupt nicht so. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin mega stolz darauf, dass wir irgendwie als Assi-Fans gelten oder bei vielen Vereinen, sondern es ist einfach so, dass ich mir denke, ihr habt einfach keinen Plan, ihr habt nie in der Stadt gelebt, ihr wisst nicht, ihr kennt die Frankfurter Kultur nicht, ihr wisst nicht, wie man aufgewachsen ist. Dieses ganze Multikulti-Ding, die Art und Weise, wie man spricht, wie man lebt, wie man auch untereinander drauf ist und so weiter. Und insofern prallt das irgendwie so an einem ab. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht, mir geht es so. Vielleicht kann ich unterstreichen, ehrlich gesagt, weil ich verstehe es eigentlich genau, das war es auch. Alle Leute haben gesagt, äh, und der Assi, bla, bla. Aber das ist genau das, ich weiß nicht, wenn wir mal hier im Podcast gesprochen haben, war das irgendwie noch üblich. Und dementsprechend war der Euphorie. Ich habe auch gar nicht verstanden, wie alle nicht verstehen können, ehrlich gesagt. Und ich finde, der Prinz hat es auch bestätigt, ehrlich gesagt, wenn man mal über ihn einzeln spricht, auch vom Spielerischen her und gerade auch von der Persönlichkeit. Also gerade, der hat genau das in die Mannschaft gebracht und das sagen ja auch viele Mitspieler und ich glaube trotzdem, dass er zum Beispiel auch wichtig für den Garcinovic ist, der vielleicht an gewissen Stellen noch irgendwie... Oder Wolf auch. Genau, genau. Ich glaube, er wirklich... dass er einen großen... Wolf genommen hat. Ich höre dich kaum noch. Jedes zweite Wort fehlt irgendwie. Ja, gut. Nee, aber ich steige jetzt noch mal ganz kurz mit ein. Ich glaube auch, dass er für die Mannschaft einfach enorm wichtig ist und ich glaube, die Leute, die uns da am Anfang gedisst haben, das kann ich nachvollziehen, weil die vielleicht auch gewisse, ja, antike Bilder von ihm im Kopf hatten, die nicht genau wussten, wie sein Evolutionsprozess in den letzten Jahren einfach war. Ich meine, er ist zu einem absoluten Stammspieler geworden, hat Titel gewonnen, war unter anderem beim AC Milan einer der Schlüsselfiguren auch über Jahre hinweg. Also tut mir leid, dass wir so ein Spiel überhaupt bekommen haben mit der Qualität und die er auch nicht in der komplett vordersten Art und Weise zeigt, aber durch sein Mannschaftsinternes Verhalten ist er, glaube ich, echt noch mal gewachsen. Das ist natürlich erst ein halbes Jahr bei uns, müssen wir auf längere Zeit betrachten, aber bislang funktioniert es meines Erachtens richtig gut und ich bin total froh. Wenn mir aber gleich klar, wir hatten vor ein paar Jahren, haben wir darüber gesprochen, boah, wie wäre es geil, wenn wir so einen Typen hätten, wir Boateng, die bräuchten wir jetzt eigentlich, um diese Mannschaft eigentlich noch ein bisschen konstanter zu haben. Plötzlich ist er da, durch unglaublich, man muss ja sagen, unglaublich viel glückliche Fügung, um es mal so zu sagen. Bei so einem Spieler bekommst du in der Regel fast nie Ablöse frei. Das haben wir jetzt geschafft. Also insofern mega, mega gut. Und ich denke, wer immer noch ein Problem damit hat, der soll damit leben. Ich finde es mega geil. Ich denke, es passt wie die Faust aufs Auge. Wir waren aber eigentlich immer noch bei unserem Dummschwät seit der Woche und da würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr denn noch Menschen, die ihr nominieren wollt? Für mich ist Nagelsmann schon durch, also ich nicht mehr. Ich sage jetzt ganz kurz Mario Basler. Ja, der geht immer. Für was? Man hört nur jedes zweite Wort, das macht es dann so ein bisschen schwierig. Ich sage alles doppelt, doppelt. Also, also. Ja. Für die Aussage, dass er Rauchen und so. Auch für das Ding mit dem Rauchen und dem Wodka-Lämmen. Ja, ich denke, das passt ganz gut. Also ich denke, der hat sich die Nominierung auch durch seinen Doppelpass-Auftritt richtig verdient, auch wenn das irgendwie so ein 25-Jahre-Best-Off war. Aber, oh Gott. Ja, ich habe den Fehler begangen und habe mir in diesem Ausschnitt im Nachgang auf YouTube nochmal angeguckt und seitdem spült mir dieser Algorithmus lauter Mario Basler Fernsehauftritt-Aufzeichnung da rein. Das ist fürchterlich. Du wirst den Kram machen. Deswegen surft man anonym. Ja, das ist mir danach auch wieder bewusst geworden, dass das sehr schlau gewesen wäre. Okay. Gut, dann haben wir eben vier besagte Nominierte und liebe Hörer da draußen, ihr findet wieder eine Abstimmung im Blog zur aktuellen Folge und da könnt ihr wählen und dann werden wir nächste Woche mal schauen, wer denn das Rennen gemacht hat. Und dann kommen wir jetzt zu den Empfehlungen. Ich steige da mal direkt ein, weil ich habe da mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir hatten, ich glaube, Basti hat das schon mal empfohlen, das Wochenend-Rebellen-Buch. Ich meine, hattest du schon mal irgendwann gehabt? Ich bin da ein bisschen spät dran mit dem Lesen, finde es aber grandios geschrieben und möchte es an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Liest sich super, Achtung, leichte Suchtgefahr, wenn man da einmal mit angefangen hat, kommt man da so schnell nicht wieder weg und dann auf einmal ist es drei Uhr in der Nacht und man hat nur noch zwei Stunden, bis der Wecker klingelt. Ist so ein bisschen fies. Und dann ist ja Winterpausenzeit und da findet ja auch immer der Rasenfunk Royal statt. Sind wieder irgendwas um die 16, 17, 18 Stunden. Ich weiß nicht, ob ihr schon durch seid damit. Nee. Gut. Nein. Ich habe es mir angetan, das waren lange Runden mit dem Hund, der hat echt leiden müssen. Ich möchte drei Teile davon empfehlen. Frau Alex war als Vertreterin für den Eintracht-Teil mit drin. Ein absolutes Hörmus. Was ich auch noch extrem gut fand, war der Teil zu Hannover 96 mit Gunnar Lott, der auch nochmal so ein bisschen zu Kind und zu diesen ganzen Fangeschichten gesprochen hat. ein extrem guter Redner, also kann man sich wirklich sehr, sehr gut anhören. Den Teil macht extrem viel Spaß zuzuhören und ja, den Mainz-Teil kann man sich anhören, weil Mara aka Wortpiratin mit dabei ist. Nicht, weil mich der Verein interessiert, aber weil auch das einfach ein sehr sympathischer Teil in diesem Rasenfunk war. Das waren so meine drei Highlights. So, was habt ihr denn noch an Empfehlungen? Marvin hatte mir gerade eben noch was geschickt. Das war ja, glaube ich, der Text, den du da noch irgendwie mit reinnehmen wolltest. Ja, von Christian Gesellmann, den können wir auch nochmal mit reinnehmen. Ja, genau. Zu dem, was wir vorhin erwähnt haben. Das ist mein einziger Tipp für heute. Basti, hast du noch was? Ja, ich traue mich jetzt nicht mehr zu sprechen, weil er mich eh nicht hört. Nee, hör dich. Jetzt ist es gerade gut. Ganz schnell. Da ist wieder rum. Da ist weg. Wie soll das denn so? Hallo. Jetzt? Ja? Vielleicht flüsterst du, vielleicht musst du leiser reden. Hallo, hör dich nicht? Rick Flair. Ja? Einfach zehnmal Rick. Ich empfehle die Rick Flair-Doku auf ESPN 3430. Da gibt es so eine Reihe und da gibt es eine Rick Flair. Vielleicht kann der Marvin das ausführen, weil er weiß, was ich meine. Ja, ich weiß. Kannst du die Doku, jetzt muss ich dich mal fragen, wir sind ja hier in der Live-Strömung. Ist die nochmal verfügbar? Nein. Na, okay. Alles klar. Okay. Das hatten wir jetzt wieder gehört, gell? Ja. Alles, was du davor und danach, was es vielleicht hätte er entwerfen können, gesagt hast, nicht, aber der Teil war zu hören. Na gut. Aber wenn es die Theoretik... Wenn ihr mich jetzt noch kurz hört, wenn ihr mich jetzt... Ja? Ich empfehle auf jeden Fall... Ach, das ist das Schlimme, ey. Waldtribüne, 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 hört ihr das? Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Also, die Rickfair-Doku auf ISBN, nicht irgendwie frei zugänglich, aber wer sie findet, sollte sie sich anschauen. Da sollte sie behalten. Da sollte sie sich behalten, anschauen, ausdrucken, an die Wand hängen. Etienne, hast du irgendwas, was du empfehlen möchtest? Ich weiß, ich könnte höchstens empfehlen, ich weiß nicht, inwiefern das Leute interessant finden, Stand-up-Comedy, die beiden Dave Chappelle-Specials auf Netflix, die neuen. Oh, geil. Die habe ich mir neulich gegeben und fand sie einfach überragend gut. Und, ja, keine Ahnung, ist jetzt mal ein bisschen off-topic, aber... Nö, auf jeden Fall. Dafür ist die Kategorie ja da, dass man da so ein bisschen... Also kann ich... Der ist, glaube ich, jetzt in der Club kriegt, glaube ich, 20 Millionen pro Special oder so. Wow. Okay. Was schon echt ordentlich ist. Und er hat zwei schon gemacht für Netflix letztes Jahr. Die waren so mittelmäßig. Aber die jetzt, die zwei, die neuen, die fand ich richtig gut. Also wenn man Bock hat auf Stand-up-Comedy und so, dann kann man sich die mal geben. Dave Chappelle. Ich habe jetzt vergessen, die haben so ganz komische Namen. Irgendwie die Age of Spin und irgendwas mit Fischen oder sowas. Keine Ahnung, egal. Checkt es mal selber. Ich hau den Link zu Netflix da mit rein. Dann könnt ihr euch mal durchklicken. Special auf Netflix. Hervorragend. Dann haben wir was, was wir euch anhören, durchlesen, wie auch immer ihr könnt. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, Housekeeping. Und Basti hat es ja gerade eben schon versucht, so ein bisschen zwischen den Aussetzern durchzuwerfen. Wie bei jedem Heimspiel gibt es wieder die Waldtribüne. Direkt vor dem VIP-Eingang für die Haupttribüne ist das oder gegenüber vom Museum da auf der Ecke. Genau. Ist Waldtribüne ab roundabout 14 Uhr, meine ich. Ja, genau. Und wir sind auch wieder mit dabei. Wir dürfen am Samstag da auch mal wieder hin und ein paar Fragen beantworten und so ein bisschen Einschätzung zum Spiel abgeben. Von daher, wenn ihr ein bisschen früher am Stadion seid, dann kommt doch mal rum. Dann treffen wir uns da und dann kann man vielleicht auch noch einen kurzen Schnack halten, bevor es dann endlich wieder mit vernünftigem und schönem Fußball losgeht. Und da müssen wir auch nochmal darauf hinweisen, wir haben da noch so ein kleines Sonderthema geplant, was so auch Richtung Ende der Woche kommt. Wir reden jetzt nicht von unseren Spiegelartikeln, aber da könnte es sein, dass noch das eine oder andere um die Ecke kommt. Wir haben uns da noch was überlegt in der Winterpause. Von daher, haltet doch einfach mal so Richtung Ende der Woche unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Da könnte es sein, dass da noch so ein bisschen was mit Vorgriff auf das Spiel am Samstag kommt. Dieser Team. Oh ja, vielleicht gibt es ja sogar ein anderes bewegtes Bild oder so. Man weiß es nicht. Man munkelt das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sind die zwei Dinge. Freitag, wie gesagt, unsere Social-Media-Kanäle mal im Auge behalten. Vielleicht fleuchtet der ein oder andere da rum, hoffentlich in besserer Tonalität. Und am Samstag sind wir auf jeden Fall, wie gesagt, bei der Waldtribüne. Spätestens 14.15 geht es los. Und für ein Bierchen sind wir natürlich immer zu haben. Genau. Und dann hatten wir ja zum Ende letzten Jahres noch dieses Hazel mit Patreon als Plattformbetreiber, Anbieter für unsere Spendengeschichten. Da hatten wir euch ja schon gesagt, ihr möget doch bitte auf Überweisungen steigen, weil das einfach der sinnvollere Weg ist. Das ist auch nach wie vor unsere Empfehlung, was das Thema angeht. Wir haben jetzt nochmal geguckt, was es so an Alternativplattformen noch gibt und haben uns jetzt für Libera Pay entschieden. Ist quasi auch nur eben so ein Zwischending, wo man Paypal, Überweisung, Kreditkarte, was auch immer da anschließen kann. Die nehmen keinerlei Gebühren großartig in dem Sinne, nur so ein bisschen dieses Transaktionskram. Da kann man sich aussuchen, ob man wöchentlich, monatlich, jährlich da irgendwie einen kleinen Betrag einwerfen darf. Und im Zuge dessen habe ich mir mal angeguckt, wie viele Stunden, Minuten, was auch immer, wir Content produziert haben im letzten Jahr. Das könnt ihr mal schätzen, wie viele, es sind in der Tat Stunden, logischerweise, wir im letzten Jahr denn so in Summe produziert haben. Marvin. Wow. In Stunden wirklich? In Stunden. Oder was? Ja. 2000. Ja. Ich glaube, das ist eher die Sendeleistung von einem Rocket Beans, oder? Oh, das, nee, das sind mehr. Tatsächlich. Kann ich hin. Boah, Stunden, naja gut, ich sage schon so, also bei 100 Stunden, 100 Stunden ungefähr, kann das sein? 50, halte ich. Basti sagt 50, Marvin sagt 100, damit ist Basti definitiv näher dran. Es waren 59 Stunden und 19 Minuten. Okay, dann müssen wir noch, dann müssen wir noch ein bisschen was tun. Ich bin ja die 100. Genau. Ja, 100 sind es nicht ganz. Ich meine, wenn wir die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten mit reinrechnen, dann kommen wir locker über die 100 rüber, aber rein gesendetes Material waren 59 Stunden. Ich habe mal dagegen gelegt, was wir von euch an Spenden bekommen haben und das ist dann pro Minute so extra 60 Cent. Ja, geil. Es ist schon mal ein ordentlicher Sprung, damit konnten wir viel im letzten Jahr reißen und haben uns viel überlegt für dieses Jahr, aber man kann auch ganz klar sagen, so ein Euro pro Minute müsste da halt schon irgendwie drin sein. Bist ja ganz schön reißerisch jetzt hier drauf heute. Ja, also, das ist ja, wenn man mal schaut, wie viele uns hier jede Woche Feedback geben und uns hören und so weiter, ist das jetzt nicht so viel, was da von dem Einzelnen kommen muss. Nur so als kleiner Denkanstoß. Alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr unter eintracht-podcast.de slash support. Ja, und ich glaube, damit haben wir ja jetzt mit einer extrem langen Folge in dieser Rückrunde so ziemlich alles gesagt oder haben wir noch irgendwas vergessen zu besprechen, die Herren? Ne, wir haben nichts mehr zu besprechen. Vielleicht besprechen wir irgendwann im Laufe der kommenden Monate noch die Oberbürgermeisterfälle in Frankfurt. Ich habe gerade lustige Bilder gesehen, lustige Plakate. Das kann auch noch gut werden, da fällt mir gerade das eine oder andere ein. Aber ansonsten, Jungs und Mädels einfach ins Stadion gehen und Spaß haben. Genau, wir sehen den einen oder anderen am Samstag vor dem Stadion an der Waldtribüne oder nach dem Spiel. Elthien, dir vielen Dank, dass du heute mal wieder dir die Zeit genommen hast, mit uns über die Eintracht zu reden. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis, hoffentlich nicht wieder allzu lange Pause dazwischen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden auch dich daran erinnern. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir wünschen euch da draußen eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Behaltet die Social Media im Auge und dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Hey, hey, es kann man von. Hey, 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 es kann man von. Hey, hey, es kann man von.